Danke für die kurze Hilfe. Ich weiß nicht, warum es mir das jetzt gefetzt hat. Es hat eigentlich schon mal gut funktioniert, aber mein Gott. Ich habe dein Live-Gespräch mit ihm, glaube ich, mal gesehen. Da war es ja eigentlich auch so wie jetzt, oder? Zumindest bei ihm. Genau, da war es so, aber ich habe zwischendurch mit dem Gregor mal einen Talk gemacht und da hat es dann funktioniert, aber keine Ahnung. Wer ist Gregor? Ja, Gregors Politik ist so ein junger Streamer. Weiß nicht, hat mal, hat mit mir eine Zeit lang gemeinsam eine Sendung gemacht. Der ist halt Politikwissenschaftler und sehr klug und deshalb habe ich mit ihm immer gerne über Politik geredet. Okay. Ja, ich bin ja gar nicht in dieser Welt drin. Ich kenne wirklich niemanden. Also ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich jetzt durch dich so vielleicht, dass irgendwie so der eine oder andere auf mich aufwechseln wird und mich dann auch irgendwie auf Twitter roastet oder so von deinen ganzen Gegnern. Ich habe schon gemerkt, dass du so ein bisschen der Feind von halb Twitch geworden bist in letzter Zeit, oder? Ja, so, ich meine, einen gemeinsamen Ernstfeind haben wir ja eh, ne? Der Maxi Pütz. Ja, wir haben verschiedene Schwitznamen für ihn. Wie nennst du ihn noch? Muxi, oder? Muxi, Muxi Müllian. Und bei dir ist es der Pützi, ne? Ja, wir nennen ihn meistens Paxi Müllian Mütz oder so oder Glatzi oder so. Also wir haben da verschiedene Namen. Ja, ja. Ich habe schon ganz schräge Sachen auch ausgedacht so ihm gegenüber, aber das kommt dann immer in so einem gewissen Kontext mit serviert. Ich weiß aber nicht, er reagiert nicht mehr auf mich. Eine Zeit lang hat er ja gesagt, er fand das super lustig, hat sich meine Sachen auch mit seiner Freundin gemeinsam angeschaut, aber in letzter Zeit kommt nichts mehr. Du armer. Ja, hast du mit ihm noch Auseinandersetzungen? Ähm, ja, also ich reagiere halt regelmäßiger, glaube ich, auf ihn. Ich lade es halt auf YouTube hoch, deswegen ist es für ihn ein bisschen zugänglicher, glaube ich. Ja. Und er kommentiert immer fleißig und legt sich mit irgendwelchen Kommentarleuten bei mir an und bieft sich dann so in einer 14-Kommentar-Reihe runter, weißt du. Bieft sich in die Kommentarspalte. Ja, der beleidigt ja auch wild rum, das ist teilweise ein bisschen komisch, aber ansonsten bitte ich noch am Instagram schreiben mit ihm hin und wieder. Okay. Also wir sind schon fast gute Freunde. Was ist mit einem Talk, mit einem gemeinsamen? Meinst du wir drei? Nee, du und er. Achso, er will, er will. Ich will auch. Ich traue mich nur nicht. Ja. Ja, machen wir. Ist geplant tatsächlich. Also es ist nicht zusammen geplant, aber er hat schon ein paar Mal vorgeschlagen und ich werde es machen. Ja, das hat er bei mir ja auch gesagt. Er ist gesprächsbereit, aber kommt dann nichts mehr. Ich habe ja gesagt, er schaut aus wie so ein, warte, wie. Nein, ich habe nicht gesagt Schrumpelpenis, weil das im Chat jemand geschrieben hat. Ich habe gesagt, wie so ein, wie so ein, wie der Penis von Berlusconi mit Penispumpe oder so. Woher willst du wissen, wie der aussieht? Wie ich, woher, nein, ich habe mir gesagt, ich habe mich immer gewundert, wie das ausschaut und seit ich den Murksi kenne, habe ich ungefähr eine Ahnung davon. Ja, okay, check ich. Ja, aber kennst du Just Nero? Ja, ne? Ja. Der hat mit dem Live-Talk jetzt gemacht. Achso? Und Pütz behauptet, dass Just Nero nach dem Gespräch gesagt hätte, dass er manche Aussagen zurücknehmen möchte und er nicht erlaubt, dass Maximilian Pütz irgendwie das Live-Gespräch hochlädt. Die haben das nicht im Stream gemacht, sondern Off-Stream. Achso, okay. Und die sich jetzt noch hin und her streiten, ob das jetzt so online gehen kann oder nicht. Ja, der Just Nero möchte was zurücknehmen oder der Murksi? Ja, ne, Just Nero. Aha. Zumindest hat er so Maximilian Pütz in seiner Community tappt auf YouTube, so gesagt. Wo erfährt man das? Wie meinst du das? Woher weißt du das? Das hat er öffentlich so gepostet. Der Just Nero oder der Pütz? Der Pützi. Oh mein Gott, ich kriege das alles nicht mit, obwohl ich ja so quasi Pützexperte bin. Soll ich es vorlesen? Lies mal vor, bitte, ja. Frohe Weihnachten. Der lang erwartete Talk mit Just Nero hat endlich stattgefunden. Wir diskutieren darüber, ob man Enden noch sagen darf und vieles mehr. Hat er es ausgeschrieben? Er hat es ausgeschrieben, ja. Alles andere hätte mich überrascht. Auch die deutsche Version hat er benutzt. Ja, klar. Anstoß war sein Reaction-Video auf mich vor einem Monat. Dann der Link, in dem er mich in einen peinlichen Clown und Möchtegern Andrew Tate nannte. Ja. Nicht so weit hergeholt. Wir diskutieren nur über zwei Stellen, die er eventuell rausgeschnitten haben möchte, da die Wokisten ihm da Probleme machen könnten. Über in Caps Dinge. Just Nero machen die Wokisten Probleme. Ja, genau. Wenn sie hören, was er da anscheinend gesagt hat. Jetzt höre ich dich nicht. Hörst du mich nicht? Jetzt. Ähm, ja, die Wokisten machen ihm Probleme. Jetzt höre ich dich nicht. Hä? So? Du hörst mich? Mach mal ja, wenn du mich hörst. Okay. Warum höre ich dich nicht? Test, 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 test. Eigentlich müsste ich dich hören. Test, test, eins, zwei. Warte kurz. Ja, jetzt bist du wieder da. Hä, was ist das? Es ist verflucht. Es ist verflucht, ja. Ich habe kurz geguckt, ob ich das richtige Mikrofon drin habe. Also, die Wokisten würden dem Just Nero Probleme machen. Ja. Ja, hat er gesagt, er zockt Hogwarts Legacy? Das wäre wirklich schön. Jetzt höre ich dich schon wieder nicht. Digga. Der Pütz hat uns gehackt. Verdammt. Hä, aber woran liegt das bitte? Jetzt höre ich dich wieder. Drückst du irgendwo drauf? Nein. Warte mal, hörst du mich so? Ja. Hörst du mich jetzt? Ja. Komisch. Hä? Keine Ahnung. Mein Internet ist gut, alles ist gut. Hat mein Mikrofon wackelt? Nein. Im Discord, im OBS ist alles normal. Ja. Mein Chat sagt auch, alles ist gut. Vielleicht sind deine Kopfhörer kaputt. Hast du auf Kopfhörer? Nein, ich habe keine auf. Lautsprecher? Ja. Ach du Scheiße. Aber ich mag das. Ich habe unter dem Schreibtisch die Box stehen. Und ich mag das so ohne Kopfhörer. Chat, waren bei euch Aussetzer? Habt ihr den Salami gehört? Oder waren kurze Aussetzer? Schau mal, kennst du das? Möchtest du das haben? Ich kann es dir schicken. Ja, schick mal rüber. Ich habe es schon ein paar Mal bei dir im Stream gesehen, weil ich bin ja ein aktiver Fan. Bist du aktiver Fan? Ja, geht. Ich gucke manchmal rein. Ah ja. Aber weißt du, das wird brenzlig mittlerweile. Warum? Ich werde ja schon auf den Vogue-Listen geführt. Stimmt, ich habe es auf Twitter gesehen heute. Ja, aber gestern und letztens war ich auch schon bei so einer Tierliste dabei und ich werde mittlerweile als Vogue-Ist im absolut negativen Sinne wahrgenommen und das könnte sein, dass du dich halt bald mal distanzieren musst oder so. Apropos, ganz kurz, du hast ja auch einen kleinen Zusammenhang mit Imp, ne? Ja. Ich habe neulich auf den reagiert und der hat dann auf meine Reaktion reagiert. Okay. Und ich habe ihn halt kritisiert und habe es nicht so gefeiert. Ich meine, das Video war so, naja, und habe so ein paar Kritikpunkte gehabt. Der ganze Chat hat mich komplett beleidigt da bei ihm. Also nicht komplett, aber viel. Und da habe ich halt auch gesagt, dass ich Imp nur kenne durch Baba Bartunek. Und der hat so geschmunzelt, meinte sich so, hm, ach so, okay. Der, der, das war schon lustig. Ja, der Imp und ich, wir werden keine Freunde mehr, ne? Aber warum nicht? Was ist passiert? Ach, das hat, das ist ne, das ist so ne lange, das ist so ne lange Geschichte. Das hat angefangen eigentlich mit nem Missverständnis, so. Wo ich aber sagen muss, das lag eher dann am Imp, ne? Dann war er irgendwie zu bockig, um das irgendwie einzusehen, um was es da eigentlich ging. Und dann ist es weitergegangen mit nem Video zu Sinans Woche. Und dann ging es halt so ein bisschen hin und her. Und mittlerweile, dann hatten wir noch diesen Talk gemeinsam, ne? Was auch ein bisschen schräg ausging, das Ganze. Und ich glaub, Freund, die Möglichkeit zur Freundschaft besteht nicht mehr, aber ist mir eigentlich auch wurscht, muss ich sagen. Also zu mir war er auf jeden Fall ganz nett, trotzdem. Ja. Trotz der Kontaktschuld zu dir. Ja, ich geh mal davon aus, dass der eh ein netter Typ ist, aber da liegt halt ne Unsympathie zwischen uns. Und das wird nix mehr werden. Mein Humor ist ihm, glaub ich, ein bisschen zu abgedreht. Da kommt er nicht ganz nix. Ja. Ja. Ich hab gemerkt, ich müde mich immer, wenn ein Sub kommt oder so und sagst kurz sagen... Das hab ich nicht mitbekommen. Nein, 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 da hab ich nicht mitbekommen. Less than three der three. Okay, aber du kannst auch kurz sagen, wenn du ein Sub bekommst. Nein, das ist doch respektlos. Wie wen? Mir gegenüber? Ja. Wieso, weil du mehr Subs kassierst als ich? Nein, nein. Ich hab übrigens ein Sub-Alert Maximilian Pitz, wusstest du das? Ne. Ich hab so, der hat einmal gesagt, Salami, du bist so ein Spaß und das hab ich dann eingeblendet. Ja. Das muss ich jeden Tag hören, damit es mir gut geht, weißt du? Das ist so meine tägliche Dosis. Ich hab ja das von ihm, was er über mich gesagt hat. Ist ein krasser Freak. Ein krasser, perverser Freak. Der Murksi. Hat er nicht gesagt, du siehst aus wie... Wie ein Pedo, wie ein Kinderschänder und quasi, also der hat ein Video über mich gemacht und ich glaube, es waren in den ersten 90 Sekunden, glaube ich, hat er schon mich in Zusammenhang gebracht mit irgendwelchen Vergewaltigern von Minderjährigen in Amerika. Dann hat er mir Pedo-Vibes unterstellt und dann hat er irgendwann noch gesagt, ich zieh mich an wie ein Kinderschänder, ne? Kennt man ja, so Kinderschänder sind ja so gekleidet wie ich. Die laufen dann so herum und schmeißen Bonbons durch die Luft mit ihren Babykatzen und holen sich die Kinder, ja. Also, bei aller Liebe, Maxi, also es gibt ja Leute, die hassen Maxi so wirklich abgrundtief, einfach so. Ich muss sagen, hin und wieder bringt er mal eine Aussage, die ganz in Ordnung ist, aber im Großen und Ganzen sind seine Aussagen wirklich Müll. Aber wer sowas sagt, wirklich hat absolut keinen Respekt verdient, egal zu wem. Es ist ja klar, ich denke mir halt sowieso, dass er ein Vollidiot ist und deshalb nimmt mich das dann, ich, na klar, weißt du, wie es kam, habe ich mich schon geärgert und so, dann kam dann auch ein Huhurensohn von mir und so, ne? Aber ich habe so, so prinzipiell, ich halte den halt für debil, so und dem Kanter kann ich ihn gar nicht so böse sein. Was ich aber so, was ich judge, ist eher so diese Doppelmoral, ne? Das ist ja einer von den Clowns, der immer sagt, die sagen gleich, du bist Nazi und rechtsextrem und so und wehrt sich da gegen irgendwelche Verunglimpfungen und haut aber so vom Prinzip das Allerschlimmste raus, was man halt jemanden so an den Kopf werfen kann. Das ist eigentlich so diese Heuchlerei, was ich nicht mag. Mein Chat will wissen, warum er dich so genannt hat und ich auch. Der hat sich ein Video angeschaut, ne? Von Imp, ne? Der hat sich von Imp ein Video angeschaut, wo ich, ich sage mal, unvorteilhaft präsentiert werde. Es geht um einen Joke, den ich gemacht hatte und das war in einem 90-minütigen Roast. Der Imp hatte das rausgeschnitten, das waren irgendwie so 60 Sekunden. War maximal ekelhafter Joke, aber das kam halt in einem gewissen Kontext, weil es ging halt, was darf Humor und was nicht, ne? Und ich wollte mit dem Witz zeigen, dass es sehr wohl Grenzen des Humors gibt. Imp hat das rausgenommen, Murksipütz reagiert darauf und das, was ihm halt so einfällt, ist Pädo, Kinderschänder, Vergewaltiger, ne? Ja, und das hier ist ein krasser Freak, ein krasser, perverser Freak. Ja, und dann sagt er in seinem letzten Video, dass er, ähm, redet er sich so drüber auf, dass er Antisemit genannt wird. Der hat sich so aufgeregt, der war so sauer, weil jemand ihm das geschrieben hat, ein ganzes Video darüber gemacht. Ja. Und gegen dich haut er das so raus, als wäre das keine Ahnung. Ja. Irgendwas. Ja, ja. Aber generell ist die, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, kennst du Tarahuman? Wie? Tarahuman? Nee. Das ist so ein Fangirl von Maxi, die hat so 3000 Abos auf YouTube oder so. Das ist so eine, kam in den 50ern, so eine Frau. Ich sehe, dass du sprichst, aber es war schon wieder ein Aussetzer. Es ist schräg, weil ich habe sogar, ich sehe sogar das Grün von Discord, aber dann bist du einfach weg. Hörst du mich jetzt? Ja? Ich glaube es nicht daran, wenn ich zu laut werde oder so. Vielleicht liegt es ja auch in der Kanada. Schreist du zwischendurch? Ja. Ja. Nee, was wolltest du mir erzählen? Wer? Der Tara? Tara Roman, das ist so eine Influencerin. Eine Influencerin? Ja, und so ein Fangirl von Maxi. Es gibt tatsächlich Frauen, die sich zu ihm bekennen? Mhm. Gibt es, sie. Sie ist, also, sie war so in der Rammstein-Thematik so voll seiner Meinung und so, weißt du. Aha, spannend. Und ich habe bei ihr, sie hat dann irgendeine andere Influencerin hat zu ihr gesagt, dass sie eine Rassistin sei. Aha. Sie hat dann ein Bild gepostet mit ihrer besten Freundin mit ihrer besten Freundin, die schwarz ist und hat dann gesagt, ich kann nicht rassistisch sein. Ich kann nicht rassistisch sein, weil ich habe eine schwarze Freundin. Und da habe ich als Joke-Thorter geschrieben, ich habe einen schwarzen Hund, ich kann nicht rassistisch sein, weil es so ein Meme gibt, wo ein Typ so seinen schwarzen Hund zeigt und sagt, ich kann nicht rassistisch sein. Und dann hat sie so vier Videos gemacht mit so einer Ansage, dass ich rassistisch sei, weil ich ihre schwarze Freundin angreife. Ja, ja, ja. Die Videos, das Beste, was ich auf YouTube je gesehen habe, musst du irgendwann mal anschauen, das ist wirklich Top-Level aller Zeiten. Die meinte so, ja, was willst du in deinem Jugendzimmer, du hast überhaupt keine Erfahrung vom Leben, hör auf mich, ich bin eine erfahrene Frau und so, also wirklich ganz verrückt. Okay, muss ich, ich wusste das gar nicht, ich weiß so vieles nicht, schlimm. Ja, generell die Bubble um Maximilian Pütz musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es ja auch diesen Störte-Priester oder so, ne? Oh ja. Das ist so ein Musiker, oder? Ja, ein gescheiterter Deutsch-Rock-Sänger. Okay. Also der hat mal so ein paar Lieder, die so an der Million kratzen, aufrufen auf YouTube. Aha. Aber der ist halt, also der ist schlimmer als Maxi, von dem Gedankengut. Der ist halt so komplett gegen Trans-Personen, offen. Also der sagt, offen ist transphob. Also hat er so gesagt, er meinte so, ich bin transphob. Also ich habe ihn gefragt, bist du transphob? Er hat ja gesagt. Okay. Dann ist er, schießt er die ganze Zeit gegen LGBTQ an sich, gegen alles mögliche. Also er ist offener AfD-Wähler mit allem, was dazu gehört. Und vielleicht noch so rechter. Excellent. Und der Typ hat 25.000 Abos und macht Videos, auf jedes dritte Video hat er über 10.000 Klicks. Okay. So schräg. So schräg. Salami, ich habe dich ja heute schon kurz mal angekündigt, als einen der größten Streamer. Aber du bist von den Viewer-Zahlen nicht der größte. Aber du bist 4,30 Meter oder so, ne? 4,30 Meter, weißt du, wer so groß ist? Jabba the Hood. Oh mein Gott, warte ganz kurz. Kaiser raided mich gerade. Ey, Kaiser, vielen Dank für den Raid mit 522 Zuschauern. Das ist geistkrank. Jetzt bin ich der größte Streamer. Ja, grüße an den Kaiser Österreich, ne? Ja, ey, Kaiser, ich rede hier gerade mit einem Österreicher. Nur für dich. Ja, pass mal auf. Glaubt, ich bin der echte Kaiser, ne? Von Österreich. Der echte Kaiser von Österreich. Ey, Kaiser und alle, die mit rüberkommen, vielen, vielen Dank für den Big Raid. Weiß ich, no jokes, er hat zu schätzen. Wir machen hier gerade ein Live-Gespräch mit Baba Bartonex, ein anderer Streamer aus, ähm... Alter, jetzt kommt gerade der Alert, warte kurz. Ich muss den kurz rauslöschen. Ähm... Der echte Kaiser ist heute leider verstorben. Stimmt, er ist im Tief Franz Beckenbauer. So, okay. Stimmt, Franz Beckenbauer ist ja heute gestorben. Ne, schon länger her, oder? Ne, heute habe ich irgendwie auf Twitter mitbekommen. Oh, rest in peace. Jetzt gibt es einen neuen echten Kaiser. Ja. Ey, vielen Dank. Und falls er noch zuschaut, ich schaue, ich schaue das ganz gerne, was der macht. Finde ich, finde ich sehr witzig. Ich nicht. Spaß. Ja, er ist ein guter Typ. Aber so, Jabba the Hutt ist 4,30 Meter groß. Ja. Warum weißt du das so genau? Ich habe früher immer Star Wars Quartett gespielt. Ah, okay. Und da weißt du, es ist immer so Größe und Gewicht und so. Ich kenne mich da aus. Ja, bist du Star Wars Fan? Ja, geht so. Was ist denn Star Wars? Welcher Teil? Ja. Ähm, der fünfte mit diesen fetten Eisdingern. Oh mein Gott, ich habe so ein Trauma. Weil ich habe früher, ich war so ein richtiger Lego Star Wars Fan, weißt du? Da bist du, ist wahrscheinlich nicht deine Zeit gewesen. Nee. Auf Front. Das ist alles okay. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich bin, also alles Indisch. Aber, ja, da gab es immer so ein Set, das habe ich mir fünf Jahre lang gewünscht, nie bekommen. Irgendwann werde ich es mir holen, wenn ich reich und berühmt bin. Zack. Danke für die ganzen Follows, die reinkommen. Sorry. Ja, was sagst du zu den neuen Star Wars? Die sind ja sehr umstritten. Habe ich nicht geschaut, ich wehre mich dagegen. Hast du nicht geschaut? Ich boykottiere die Dinger. Hast du Rogue One geschaut? Nein. Aber der ist richtig gut, finde ich. Der mit diesem komischen Sohn von Han Solo? Nee. Rogue One ist der, das ist so ein Separater, der, das ist so quasi, der spielt, der spielt vor dem, äh, vor dem Vierten. Wo sie, da geht es darum, dass sie die, die Geheimpläne vom, äh, vom Tod des Planeten finden sie und, und das wird, die schauen halt, dass sie das weitergeben. Ah, mit dieser Frau? Genau. Nee, Filme mit Frauen schaue ich nicht. Aber wenn sie in der Hauptrolle sind, oder? Ja, genau. Ja. Nur wenn sie LGBTQ und schwarz sind. Ja. Muss sein. Nee, hab ich nicht geschaut, tatsächlich. Man muss mit dem Zeit, man muss mit dem Zeitgeist gehen. Nee, anderer finde ich super, also das ist echt ein schöner, ich fand den, ich fand den, äh, warte, das war der siebte mit Ray, den fand ich eigentlich auch noch gut, die anderen zwei kacken halt voll ab. Bist du so ein Filmtyp? Ich schaue schon gern Filme, ja. Warum? Oh, ich mag's einfach so, Filme schauen, ne? Vor allem, ich mag Science Fiction. Boah, ich find Filme so schrecklich, muss ich sagen. Ich bin wirklich, also ich kenn überhaupt keine Schauspieler, wirklich niemanden. Also ohne Witz, ich kenn wirklich keinen einzigen Schauspieler. Ich kenne keine Filme. Ja. Und, ähm, also nur die ganz große Klassik Harry Potter, Flucht der Karibik und so, aber so, was du als Klassiker betiteln würdest, kenn ich nicht. Und, also ich kann's auch nicht verstehen, was Leute an Filmen feiern, muss ich sagen. Ich schaue nur Serien. Okay, spannend. Ich mein, ich kann's verstehen, Serien haben schon einen eigenen, haben schon einen eigenen Drive, aber so richtig, so ein richtig schöner Film, ein guter Film. Hast du Dune, hast du nicht Dune gesehen? Ich hab noch nie davon gehört. Der Dune aus dem Jahr 2022 oder Ende 2021, den hast du noch nicht gesehen? und nicht davon gehört? Nein. Oh mein Gott, schau dir den an. Schau dir den an. Schau dir, weißt du, mach mal so, schau dir Dune an und dann machen wir mal, dann reden wir mal eine Stunde über Dune. Okay, aber ich muss mich... Das war einer meiner Lieblingsfilme, der, den hab ich in mir, der kam 2021 raus, ich glaube, ich hab den fünfmal gesehen mittlerweile. Junge. War nicht auch 2022? Nee, in meinem Chat wird gleich geschrieben, Dune ist schräglich. Ja, ich mag Sache, aber ich fand den Bombe. Es gab da auch 2023 oder 2022 so einen ultra bekannten Film, was alle gefeiert haben. Wie heißt der nochmal? Was wurde denn? John Wick war so ein Film, ne, wo alle drüber geredet haben. Oppenheimer? Ja, Oppenheimer, das hab ich auch nicht gesehen. Das kam leider mir vorbeigegangen. Ja, magst du nicht Kino? Was soll ich da machen? So sitzen mit Popcorn und... Ja, übel anstrengend wegen, ähm, so, hier, Beinfreiheit. Achso, weil du so ein Riese bist. Ja, so groß bin ich gerade nicht. Na, aber du bist schon zwei Meter oder so. Zwei Meter neun. Ja, normalerweise schauen Menschen immer größer aus im Stream, aber du wirkst eigentlich kleiner, ne? Ja, warte. Du schaust aus wie eins. Ja. Zwei Meter neun. Schon groß. Sie ist schon groß. Ja, geht eigentlich. Ich kenn größere. Ja, klar, gibt's schon größere, aber... Aber zwei Meter neun ist schon... Was hast du für Schuhgröße? Schätz mal. Ja, was bist du? Zwei umfünfzig? Ein und fünfzehntrittel. Bist du reich? Wie reich? Na, so, weil das ist ja ein Problem. Ich kannte mal jemanden, der hatte achtundvierzig und das war schon ein Problem für ihn, Schuhe zu haben. Zu finden, die nicht über, 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 über teuer waren. Ne, geht eigentlich. Okay. Also, einfach halt auf Nike oder so oder Adidas passt. Ja. Also, man kann ja nicht in Läden gehen, weil da hört's bei. Ich war neulich im JD, das ging, glaube ich, irgendwie nur bis 47 oder so. Aber du bestellst online alles. Ich bestell, ich war wirklich seit Jahren nicht mehr in einem Laden, hab irgendwas gekauft. Ja. Auch Klamotten nicht. Ich weiß nicht, aber das ist mir auch irgendwie zu anstrengend. Also, es gibt ja so Leute, die machen dann so einen richtigen Akt daraus, Männer und Frauen beide. Weißt, die gehen dann so in Einkaufszentrum, gehen da so sieben Stunden hin und kaufen tausend Sachen. Ja. Das ist wirklich, das ist eine Horrorvorstellung für mich. Ich mag auch so Online-Shopping, ja. Aber ich kenn's halt noch anders, ne. Also, ich bin ja, wie, du bist ja Anfang 20, oder? Ja, 21. 21, ne. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Ich kann mich noch, ich hab noch gelebt zu der Zeit, oder ich hab schon gelebt zu der Zeit, da konntest du gar nichts im Internet bestellen. Da musste ich mich in den Zug setzen, um nach Wien zu fahren. Aber ich hatte zum Glück Schuhgröße 43 und hab überall einkaufen können. Ja, okay. Wie alt bist du? Pan 40? Pan 30? Pan 30? 46! Ja. Du bist fast 50. Ja, ich bin fast 50, ja. Ja, ja. Ich hab so, ich bin, der 60er ist näher bei mir jetzt schon als der 30er. Ist ein weirdes Alter so, ne. Ist schon, muss dich schon ein bisschen mit Endlichkeit und so auseinandersetzen, ja. Jetzt mal, also, sorry, falls die Frage jetzt irgendwie unangepasst ist, aber hast du, bist du durch eine Midlife-Crisis gegangen? Ich hab so, ich war, ich hab ja eine ganz komische Zeit hinter mir, ich bin ja so mit, mit Mitte 30, so war ich ja so krass, bin ich ins Verschwörungstheoretische reingekippt. Mhm. Ne, ich war so, ich war so sechs Jahre lang so ganz weird als Verschwörungstheoretiker unterwegs, hatte einen YouTube-Kanal und hab so ein bisschen, hatte so eine, hatte so eine Mission, die, so ein bisschen die Menschen aufwecken zu müssen, ne. Und mit Beginn der Corona-Pandemie hab ich mich da zurückgezogen und mit Ende 2021, Anfang 2022 hab ich angefangen, mich zu distanzieren und das aufzuarbeiten. Wie bist du da reingeraten? Mir ging's, ich war, ich bin Schauspieler eigentlich, hab Schauspiel studiert, hatte so mit, mit Anfang 30 hatte ich so eine Krise, ne, das war so ein bisschen Schaffenskrise und so. Und dann bin ich halt über YouTube, äh, so ins Verschwörungstheoretische reingekippt. Ken FM geschaut, so ganz viel, auf Demos gegangen und dann, äh, Vorträge organisiert in Wien und, äh, ähm, ja, das war so meine, das war so meine Welt, hab ausgeschaut wie so ein hängen gebliebener Hippie, Haare bis zu den Schultern, Rad bis zur Brust und hab einfach komplett drauf geschießen und ich glaube, deshalb spare ich mir die Midlife-Crisis, weil das eigentlich schon sowas wie eine Krise war. Ey, krass. Ja. Also ich, weiß nicht, ich kann mir niemals vorstellen, also jetzt ohne zu urteilen, ich kann mir niemals vorstellen, da reinzukommen, aber das ist das Denken, was ich halt immer nur vorher, ne. Ja, du, ich hätt mir das auch nicht gedacht, ne, so. Ich, ich hab so, ich hab, ich hab, ähm, wenn mir das wer gesagt hätte, zwei Jahre bevor das passiert, ich, hätt ich gelacht, ne, so. Aber ich bin da voll, ich bin da voll reingekippt, es gibt auf meinem YouTube-Kanal, falls es deine Zuschauer interessiert und Zuschauerinnen, ich hab eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal von einem, der auszog, das fürchten zu lernen und da arbeite ich das auf, ne, so, da geht's, wie, wie war mein Einstieg, was hab ich erlebt, ja, was hab ich gedacht zu der Zeit und, äh, wie bin ich dann rausgekommen und hab das alles hinter mir gelassen. Du müsstest eigentlich mal in so eine Doku oder so von STGF, wo es um Verschwörungen geht, wo so als Experte da so eingeblendet werden, weißt du? Ich hab jetzt, ich hab jetzt mit, ich treffe mich mit so einer Sektenexpertin aus, aus Österreich, die da, die da auch Expertin ist in Sachen Verschwörungstheorien und so, ich arbeite das öffentlich auf, ich hab kein Problem damit, darüber zu reden. Jetzt, äh, 2024 jährt sich das auch, na, bei mir war's 2014, als ich rein bin, jetzt sind's quasi zehn Jahre und da wird in den Medien auch ein bisschen was kommen dazu. Ja, sehr nice. Finde ich gut, wenn über sowas aufgeklärt wird. Ich beschäftige mich ja immer, ich finde es gut, wenn über sowas aufgeklärt wird. Ja. Ich beschäftige mich ja mit Störte, Störti, Störtchen. Ja. Und, ähm, der ist auch ultra krasse Verschwörungstheoretiker. Ja, ja. Weißt du noch, der Anschlag auf, Anschlag auf Tino Chrupalla war das, glaube ich? Nämlich der Nadel? Genau, da hat er gesagt, das könnte die CIA oder irgendwie Geheimdienst sein, oder so, weißt du sowas. Und, also, ganz verrückte Sachen, ähm. Ja, ja. Du, es ist ja auch der, der, der Maximilian Pütz ist ja eigentlich auch, also, der, der sagt ja so, er ist ein Männerrechtler, aber der bedient ja auch schon die krassesten Verschwörungstheorien, so. Aber er ist auch Schauspieler wie du, also seid ihr eigentlich... Er ist eigentlich auch, der ist eigentlich Schauspieler, ja, der Pütz. Und Kindergärtner. Und Kindergärtner. Oder Erzieher, eins und werden. Ich, ich, ich bin eigentlich Masseur, ne, hab Masseur gelernt und dann Schauspiel studiert. Äh, und... Ist ein bisschen ein anderer Weg als der vom Pütz, aber, aber durchaus ähnlich. Was halt bei mir bitter ist, der Pütz war halt auf irgend so einer privaten Schauspielschule, ne, was bei mir bitter ist, ich, ich, ich war eigentlich auf einer, auf einer Elite-Uni, hab da mein Schauspielstudium absolviert, hab das eigentlich richtig gut gemacht, hab ein super Diplom und so abgeliefert und dann, dann Meltdown, ne, über, über sechs Jahre halt so. Komplett alles, komplett drauf geschissen, so. Ja, komplett alles, alles, überall drauf geschissen, meinen, meinen Beruf an den Nagel gehängt, mich zerstritten mit Kolleginnen und Kollegen. Also so, so richtig abgefuckt, einfach, äh, ins Rabbit Hole getaucht. Hey, krass. Und dann, wie lange hast du studiert? Vier Jahre oder so? Vier Jahre, ja. Für nichts, das ist ja bitter. Ja, naja, ich hab meinen Magister, also zumindest kann ich mir das irgendwo hinschreiben. Ja, nee, du, mir kommt das schon zugute. Ich hab jetzt wieder gespielt, ich hab wieder angefangen so ein bisschen, ich mach bisschen nebenbei Theater, ich hab Sommertheater gemacht wieder. Mir bringt das hier auch was, ja, so. Also, es war nicht komplett für den Arsch. Aber du machst Twitch nicht hauptberuflich, oder? Nee, aber ich möcht's. Ja? Ja. Würdest, ab wie viel würdest du's machen? Was meinst, ab wie viel? Äh, ja, sagen wir netto. Zuschauern oder? Netto. Zuschauern. Netto, was du damit verdienst. Wenn ich verdiene, netto, ja, 1800, dann... Ja, das ist halt ein dickes Risiko, weißt du, weil es kann immer wieder einbrechen. Ja, ja, ja. Aber, ja. Ich weiß, ja, aber schau, ich hab so, ich seh mich ja jetzt nicht so als einen typischen Streamer, wie's auf Twitch ist, ne, ich mach so, ich versuche das, was ich mach, so, zumindest ein bisschen den Touch zu geben, als wäre das sowas wie eine Abendshow, ne, so, ich bastel am Anfang, am Ende, tu manchmal ein paar Sketches vorbereiten und so, und versuch halt so, was abzuliefern, was ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat, ja, und vielleicht schaffe ich so, eine solide Basis aufzubauen, die mir dann gewogen bleibt, auch über längere Zeit. Ja, safe. Ich beliebe. Wenn du noch, du musst halt irgendwie, also wenn du meinen Rat als erfolgreichen Influencer hören willst, dann würde ich safe noch mehr auf YouTube setzen. Ja, ich stream ja parallel, ich mach ja Multi, ich stream, ne, ich bin zugleich auf Twitch und auf YouTube, aber das stimmt schon, ne, ich müsste es irgendwie schaffen, zumindest Clips oder so auf YouTube besser aufzubereiten, ne. Denk ich ja auch, weil über Twitch Leute zu finden, ist so schwer. Ja. Also, da bekommst du allein über, überleg doch mal von den großen Streamern, wer ist allein über Twitch groß geworden? Das ist, das war, glaube ich, vor ein paar Jahren so, oder? Ja, aber jetzt? Jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's eigentlich nicht mehr, ne. Kaum, also mir fällt kein einziger ein, der über YouTube, äh, über Twitch alleine groß geworden ist, also zumindest in den letzten zwei Jahren. Mock schreibt hier jemand, ja, aber Mock hatte halt Support von Ruse, ne, der hat, der wurde halt von Ruse stark supported, Monte und Knossi, aber das waren ja so, mit denen hat Twitch eigentlich angefangen im dreistrachigen Raum, ja. Ja, das, das kann man nicht zählen. Ja. Also gefühlt werden die Großen immer größer, ja, und die Kleinen werden nicht groß. Ja, aber du, bei dir läuft's ja eh nicht schlecht, oder? Das geht doch eh nach oben. Ja, ich kann mich nicht beschweren, aber ich hol's halt alles von YouTube. Also wenn ich jetzt in meinen Chat fragen würde, eins in den Chat, wenn ihr über YouTube auf meinen Stream kommt und zwei in den Chat, wenn ihr über Twitch selber kommt, ich sag mit Ansage, macht mal, ich, mit Ansage, keiner wird nur zwei schreiben. Macht mal eins für YouTube, werden nicht viele sein bei mir, ne. Mach, mach eins, mach bei dir eins, YouTube, Twitter, alles, was nicht Twitch ist. Okay, also zwei nur für Twitch, alles andere, zwei nur für Twitch, alles andere, eins. Also, bei mir gibt's ein paar Zweier von den Leuten, die grad durch den Raid gekommen sind und ein paar andere, aber es ist fast nur Einser. Okay, ich hab fast nur, ich hab fast nur Zweier, ja. Ja, ist schon krass. Bist du Partner schon auf Twitch? Ne, ich hab gestern mich zweitmal beworben, aber ich wurde das erstmal abgelehnt. Ja. Ja, du hast eigentlich mit YouTube angefangen, oder? Ja, ich bin, also ich hab früher Gaming gemacht auf YouTube und Twitch, aber wurde nie, also ich hatte 16.000 Abos damit auf YouTube und hab irgendwo immer bei meinen 15 Zuschauern auf Twitch rumgehangen und da hab ich mein Content umgestellt auf Meinungsblogs, dann hab ich Meinungsblogs aufgehört, generell YouTube, Twitch, alles aufgehört, wollte Profisportler werden, dann hab ich mich schlimm verletzt, dann hab ich im Bett wieder angefangen, nach der OP und... Du Basketball, nehm ich an, ne? Ja, ja. Und was heißt schlimm verletzt? Also, ich war grad schon mittrainieren bei einem dritten Bundesliga-Verein, hatte da Probezeit, die hatten auch Interesse und dann hab ich mir meinen linken Außenmeniskus durchgerissen, auch Korpenkelriss, also den schlimmsten Riss, den es da gibt. Also nicht mal gerade durch, sondern richtig weggefetzt und ja, das muss dann operiert werden, ich bin jetzt durch, also es war vor acht Monaten. Das war eine Trainingsverletzung? Ja, also es war eine Zuhauseverletzung, aber durch Training halt so am letzten Faden, dass ich dann am Ende nur aufgestanden bin zu Hause und dann war es durch. Einfach aus dem Bett raus oder so? Ja, vom Boden aufgestanden. Vom Boden aufgestanden und Krankenhaus? Ja, krank, ich hatte noch nie in meinem Leben solche Schmerzen, es war geistgerecht. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat sicher Hölle wehgetan. Ja, vor allem, ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern zu Besuch, Gott sei Dank, wäre ich hier, wäre ganz schrecklich gewesen. Ja. Und die haben dann Krankenwagen gerufen, weil ich konnte meinen Bein nicht mal einen Millimeter bewegen, also es ging wirklich gar nichts. Und die meinten dann so, ja, da haben so ein paar Bewegungen gemacht, ich habe fast geheult. Die meinten so, ja, ist nichts, ist nichts gerissen. Ja, war dann doch nicht so. Und dann Operation und dann kommt der Arzt und sagt, Karriere vorbei? Ne, Karriere nicht vorbei, weil ich bin noch jung, das ist mein Vorteil, es konnte wieder genäht werden, also man hat zwei Optionen, entweder man schneidet den Meniskus weg und dann läuft das Knie halt einfach ohne Meniskus oder man näht es, das geht aber nur, wenn man jung ist und das nicht komplett am Arsch ist. Das ging bei mir, jetzt habe ich halt nur zwei Jahre erhöhtes Risiko, weil das ist jetzt quasi eine Narbe da und eine Narbe kann schneller wieder reißen und bis es richtig zugenabt ist, dauert es zwei Jahre. Aber ich könnte wieder anfangen, also ich spiele auch wieder, aber halt nicht mehr auf dem Niveau, weißt du, sondern nur noch ein bisschen auf chillig. Das heißt aber so, die Karriereplanung als Profibasketballer ist vorbei, ne? Ja. Ja. Also ich bin, weißt du, ich überlege noch so, aber die Vernunft sagt eigentlich nein. Ich bin eine Zeit lang so einem TikToker, also ich folge dem eh noch so, der Austrian Bull heißt der. Sag dir der was? Ur des Fisch, so ein glatzköpfiger Muskelbrotzboxer. Ist auch so Anfang 20, war die, also so das Talent des österreichischen Boxsports und dann hat er irgendwie Schmerzen an der Hand und geht zum Arzt und dann werden so seine Hände geröntgt und dann hat der einfach kaputte Handwurzelknochen über die Jahre des Trainings immer falsch trainiert, hat sich das gebrochen und musste aufhören, ne? Das ist so krass. Einfach so von einem Tag auf den anderen, hey, wenn du weitermachst, dann führt das zu irreparablen Schäden, kann bis zu einer Amputation gehen und deine Karriere ist vorbei. Vor allem, weil man sich so als Profisportler ja auch das über die Jugend aufbaut, weißt du? Ja. Weil man hat sich ja, man hat ja die ganze Jugend dafür weggeschmissen, solche Leute. Ja. Und dann stehst du da mit, wie alt ist der, 23 oder so und hast einfach, stehst vor dem Nichts, weißt du? Ja, genau. Das ist, das muss, also das ist ja unfassbar. Bei mir ist es halt nur so eine Option gewesen, weißt du, ich hab ja nicht, ich hab eigentlich alles auf die Karte gesetzt, sondern einfach nebenbei laufen lassen und ich studiere ja sonst und mach das als Hauptding und Social Media hab ich dann wieder angefangen und jetzt läuft's ganz gut. Ja. Was, aber noch nicht hauptberuflich? Nein, nein, nein. Also ich, ich will es, also aktuell, weil meine Familie so, ist schon sehr so, weißt du? Mach was G'scheites, Buur. Ne, meine Familie ist sehr so, hier, nimm mein, nimm unser Geld. Ah, okay. Weißt du, also meine Familie ist jetzt nicht reich, aber ich bin vergönnt, dass ich mein Studium finanziert bekomme, quasi. Und deswegen, ja, weißt du, ich will jetzt auf meinen eigenen, ich will auf meinen eigenen Füßen stehen und das komplett über Social Media, mein Leben bezahlen, aber dauert halt noch, weil dafür reicht's noch nicht. Aber ich hab mir das Ziel gesetzt bis zum 1.1.25, weil ich so dann so auf 2 netto oder 2.5 netto bringe. Sollte sich ausgehen. Ich soll dich fragen, welche Position du gespielt hast. Ja, 4 und 5, aber lieber 4. 4 und 5, ich hab keine Ahnung, Basketball. Ja, das ist Power Forward und Center, weißt du, das sind die Großen, die unter dem Kopf sich so befinden. Ja. Sag, und dann hast, jetzt bist Meinungsblogger auf YouTube, ne? Ja, hauptsächlich. Und, und warum wirst du Meinungsblogger? Ja, weil ich... Gab's irgendwann, wo du jemanden, der dir gefallen hat und wo du dir gedacht hast, das möchtest, auch machen? Ja, also ich hab früher, kennst du noch Firegoden? Der sagt mir was, ja. Das war so ein Meinungsblogger, der ist richtig durch die Decke gegangen, der war richtig berühmt, der hat so in dieser, der hat so 2018, 2019, unsere Chats werden ihn safe kennen noch, ähm, hat der, hat der Meinungsblogs gemacht, deswegen hab ich angefangen und wegen Alpha Kevin, den kennst du bestimmt auch. Ja. Ja, wegen dem auch, die haben so zusammen die ganze Zeit Videos gemacht und da hab ich angefangen, aber hab dann halt wieder aufgehört und der Zeit wieder angefangen. Der, da Vinci hat mir mal erzählt von dem Firegoden und der wurde anscheinend rausgemobbt von dem Kuchen oder so. Ja, die hatten richtig Beef. Und der ist dann einfach weggegangen von YouTube, kamen die wieder. Hat einfach aufgehört. Hat einfach aufgehört. Obwohl der so groß war. Obwohl der, der hatte über 200.000 Abonnenten innerhalb von zwei Jahren und mehrere tausend Live-Zuschauer und so, der war richtig Fame. Der hat doch schon gut Geld gemacht. Ja, über 10.000 im Monat, safe, safe. Warum hört der einfach auf? Ja, weil der so fertig gemacht wurde, glaube ich, oder weil er keinen Bock mehr hatte. Der, also, ganz YouTube hat sich auf einmal gegen den gestellt irgendwie. Okay, ich muss mir das mal, gibt's das irgendwie als Zusammenfassung, die Geschichte? Weiß ich nicht. Bestimmt irgendwo bei Kuchen. Der hatte auch früher so 100 Videos zu dem gemacht, gefühlt. Ja, das kennt man ja. Ja, aber bei dem Thema hab ich mich komplett rausgehalten. Ja, aber der war einer von denen, die dich so inspiriert haben quasi. Ja, schon. Aber ich mach's auch so gerne, weißt du, ich verkaufe gerne meine Meinung Leuten. Ja. Und ich will's halt so ein bisschen, ja, also, wie soll ich das sagen? Es ist halt, bei Meinungsblocks, ich tue mich halt schwer. Ich bin auch gerade ein bisschen so in einer Identitätskrise, weißt du? Ja. Weil ich, auf der einen Seite, ich bin eigentlich so ein, eher so frech und jokig und schieß halt gegen Leute, so aus Witz. Ja. Und auf der anderen Seite will ich halt schon auch ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen und wirkliche Sachen vermitteln, weißt du? Ja. Und ich hab manchmal das Gefühl, ich bin zu, weißt du, zu sehr in die eine Richtung und ich komm, also ich feier meine eigenen Videos nicht, das ist mein großes Problem. Ich guck meine eigenen Videos nicht, verstehst du das? Und ich würd's mir auch nicht angucken, das ist das Problem. Tust du Skripten dann so oder sprichst du frei alles? Ja, ich skript komplett. Satz und Satz. Und nimmst du dann einen Teleprompter und? Ne, ich merk mir das immer. Schnelles Auswendig. Ohne Scheiß? Ja, ich mach immer so, ich lerne zwei Sätze auswendig, red die, lerne zwei Sätze auswendig, red die so. Okay, ja. Und feierst deine Videos nicht, oder? Ich feier meine Live-Reaktion, aber ich feier, also manche Videos feier ich, aber manche, also den Großteil nicht. Was ist dein Thema? Ich hab ja mitbekommen, Maxi Pütz, wo ich so ein bisschen eingestiegen bin bei dir. Da ging's eigentlich, also es ging ja weniger um Maxi Pütz, sondern das große Thema war Rammstein und weil er ja so auf ganz grindig auf die Keiler losgegangen ist und da, und da bist du dann irgendwie, da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ja, ich hab zwei Videos gemacht, wo ich irgendwelche TikToker fertig gemacht hab, die gegen Keiler geschossen haben, halt so richtig unbegründet dumm, weißt du, so, ich kenn Rammstein, die könnten sowas niemals machen, solche Leute halt, weißt du. Und die hab ich dann halt ein bisschen, ja, zusammengeschustert und dann hab ich das oft bei Maxi gemacht und dann ist halt Rezo und so auf mich aufmerksam geworden. Und dadurch hab ich irgendwie dann, ja, so einen Hauch von Relevanz bekommen. Wie siehst du das jetzt eigentlich mit Rammstein? Wie es ausgegangen ist? Ja. Ja, die Staatsanwaltschaft hat's niedergelegt, also es gibt nichts mehr gegen Tillinnemann. Aber würdest du so rückblickend sagen, der Pützi hatte schon Recht in manchen Sachen? Nein, eben nicht. Also er hatte mit seiner, das Problem ist, er hat halt wirklich, er hat halt wirklich auf, er hat über 100 Videos zu Rammstein gemacht innerhalb von drei Monaten, also es war wirklich unfassbar schlimm. Er hat Sachen wirklich aktiv gesucht, um den Frauen zu schaden, weißt du. Ja. Ich hab zum Beispiel auch sozusagen belegt, dass Maxi zum Beispiel behauptet hat, Keiler würde Chats faken. War einfach gelogen, weißt du, weil er sucht einfach, er hat auf Krampf gesucht und das ist halt das Problem. Er hat's denen von Anfang an abgesprochen, die Glaubwürdigkeit und alles, im Gegensatz zu normalen Leuten, die dann gesagt haben, okay, ich erlaube mir kein Urteil, aber man muss den Frauen halt zuhören und gucken, was sie sagen und das Ganze halt abwägen. Und er hat's halt von Anfang an sich nur auf die Seite von Till Lindemann gestellt und deswegen würde ich niemals sagen, dass der da recht hat. Der Ding, der hat das halt, das war ja, da ging's ja nicht um Gerechtigkeit beim Pütz, das ist ja ein ideologischer Antrieb bei ihm. Also das ist so das Ding, Männer sind immer Opfer und die Frauen quasi beschuldigen uns zu Unrecht und machen uns fertig und MeToo, alles Schmuh und so, na, das ist ja der Pützi. Ja, und auch sein Lieblingsargument war, ja, ist ja nicht rechtlich. Ist ja rechtlich einwandfrei, aber das hat mich so sauer gemacht, ich bin nicht ausgerastet deswegen, weil, weißt du, es gibt auch Sachen, die sind scheiße und die sind erlaubt, weißt du, das ist so, nur weil, also, ich weiß, hast du Kailas Video damals gesehen, den Erinnerungsbericht? Ja, klar. Das ist ja nichts Strafrechtliches, was da passiert ist, aber es ist doch trotzdem verwerflich. Die moralische, ne, Frage der Moral, ne? Ja, genau, und er meint, ja, ist ja nichts dabei. Ja. Ne, du musst mal schauen, schau dir das mal an, der Pützi, das Video über mich, na, da geht's um einen Joke, da geht's einfach um einen Witz, den ich aber in einem Kontext gebracht habe, um zu zeigen, Humor hat seine Grenzen. Und da habe ich so einen grindigen Witz gemacht, ja, das will ich gar nicht abstreiten und der kriegt einen Anfall, der Pütz, ja, und das ist ja auch eine rein moralische Wertung, weil das, was ich gemacht habe, war juristisch abgesichert und so und es ging einfach nur um die Grenzen der Moral und der Pütz dreht durch, ja, und bei einem Lindemann, der mit einer 15-Jährigen eine Affäre hatte, da spielt er dann den Weißen Ritter so, da siehst du halt diese abgefuckte Doppelmoral von diesem Typen. Und was ich ja auch so schön finde, ist ja, dass er so ein Clown ist, der dann immer sagt, ne, so die Woken und diese Linken, das sind alles Schneeflöckchen und er stilisiert sich da so als einen stabilen Typen, aber in Wirklichkeit ist ja er so die große Memme. Er sagt ja mal Lefties. Lefties, ja, ich glaube, der schaut viel aus Amerika, der wird da so seine englischsprachigen Influencer haben. Das ist ein abgefuckter Typ. Ich check auch, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich check gar nicht, warum, also jeder soll die Aufmerksamkeit bekommen, die er bekommen soll, aber ich verstehe nicht, woher er diese ganze Aufmerksamkeit bekommt, weißt du? Er Pütz war Mitte der 2000er Jahre, war der ihm so, weißt du, was man so als Mainstream-Medien zusammenfasst, war der da zu sehen. Der Pütz war in Talkshows zu Gast, der war bei uns in Österreich in Talkshows zu Gast, der hat mit diesem Pickup-Scheiß angefangen. Sag dir das was? Ja, so Frauen ansprechen und dann damit flexen. Genau, und das war so, als das losging, war das so, das war so total im Hype. Da gab es nicht so eine kritische Auseinandersetzung damit. Und erst so, das hat so einen Hype gehabt und dann saß der Pütz als Flirt-Coach im österreichischen Fernsehen wegen seinem Scheißbuch. Ich glaube, der war, war der nicht bei Lanz oder irgend sowas auch zu sehen? Ja, ich glaube schon. Ja, das heißt, die goldene Zeit des Murksi-Pütz ist eh vorbei. Weißt du, der Pütz ist, das merkt er ja, er ist im Verfall. Nicht nur körperlich, sondern auch so was seine Zuschauer und so betrifft. Das weiß er. Findest du wirklich? Hä? Da würde ich tatsächlich nicht zustimmen. Okay. Ich würde sagen, er ist schon in seiner, also die Rammstein-Thematik war schon wirklich sehr primig bei ihm. Ja? Also von einem Gespräch bei Lanz und so kannst du ja erstmal nichts kaufen. Das sind unbeteiligte, die das sehen und da gibt's, da bist du so, irgendwo schwörst du bei den Leuten vielleicht noch ein bisschen hinterher. Aber durch YouTube bist du so ein konstanter Faktor, weißt du, du hast so, der hat über 60.000 Leute, die den abonniert haben. Der ist so, weißt du, man sieht den immer wieder, der macht immer wieder Videos, der bekommt damit viel mehr Aufmerksamkeit, hab ich so das Gefühl und hat viel mehr Impact, zieht viel mehr Leute auf sein Coaching und so. Und gerade bei der Rammstein-Thematik hat er innerhalb von zwei Monaten 15.000 Abos oder so gemacht und Videos mit über 100.000 Aufrufen und so gehabt. Okay. Also der ist schon, also ich finde persönlich, der ist schon nicht schlecht dabei, was so Erfolg angeht. Da schätze ich, habe ich es falsch eingeschätzt, ja. Der Pütz war bei TV Total, schreibt hier der Rito und es gibt anscheinend ein Video von Pütz und Open Mind gemeinsam. Oh ja, der ist, Open Mind ist einer seiner besten Freunden, also so ein guter Freund, sagt er irgendwie so. Natürlich, gute Freund. Also der, was war das nochmal? Oh, kriege ich zusammen? Irgendwo hat er den erwähnt in irgendeinem Video. Ich weiß, dass er es auf seiner Homepage, kannst du ein Zitat lesen von Open Mind, wo er das halt feiert. Er war da bei dem, er war da bei dem Seminar und jetzt hat er Telefonnummern bekommen, ne, von Frauen, die wie ein Model aussehen oder so. Ja, ich glaube, das war das. Der hat aber irgendwann mal, oder hat Open Mind mal eben in den Stream reingeschrieben oder so, irgendwas war da auf jeden Fall. Der hat da schon mal mit angegeben auf jeden Fall. Der, der, dieses Ding mit den Models immer, ne, so, was, wie sie immer schreiben, ne, so, ich habe ein Seminar gemacht bei Pütz und dann habe ich eine abgeschleppt, die hätte sicher ein Model sein können. Ich habe Telefonnummern bekommen von einer, die ist sicher ein Model. Da siehst du ja schon, wie komplett durch die Typen sind, ne. Aber Störte Priest zum Beispiel behauptet, Maximilian Pütz, Freundin, sehe auch so aus wie ein Model. Also, da siehst du schon, woher der Wind weht. Aber die Freundin von Maxi Pütz ist absolut anonym. Ja. Ja. Aber finde ich auch gut. Also, ich finde, so Familie würde ich auch immer, immer raushalten komplett. Ja, aber vielleicht gibt es die gar nicht. Ah, ich glaube schon, ich glaube schon. Also, das war auch lustig, apropos Freundin, der Maximilian Pütz hat mal, hat sich mal versucht mit mir zu betteln, dass er ja mehr Ahnung von Beziehung hat als ich, weil er führt ja eine 14-jährige Beziehung. Und dann so, ja, wie soll ich dagegen halt, ich bin 21, soll ich mit sieben jetzt in eine Beziehung reingegangen sein? Und er meint so, ja dann die Hälfte. Und dann meinte ich so, ja, sieben Jahre ist trotzdem mit 14, bis der Vergleich hinkt und so, weißt du? Ja. Der hat es nicht verstanden. Der wollte auf Partou sich vergleichen mit mir dafür, dass er eine längere Beziehung hat. Ja. Das war so unangenehm. Ich muss sagen, er ist ein alter Sack. Ja, ist der 45 oder so in deinem Alter? Ja, der ist ungefähr, ich glaube, er ist ein Jahr jünger als ich oder so. Kennst du nicht das Video von mir, wo ich das Sack mit der Penispumpe und so? Wo ich auch so aufs Alter gehe? Das kann sein, kann sein. Musst du dir anschauen. Mach mal eine Reaction drauf, vielleicht zieht er es ja. Ich frage ihn mal mit einer Live-Diskussion. Warum machst du keine mit ihm? Ich sage ja so gerade, weißt du, so Typen in meinem Alter, das ist halt so ein Scheideweg. Da kann es dir halt leicht passieren, dass du so in die Verbitterung gehst und dann zu so einem schrägen Widerstand findest in dir gegen die Jugend und so. Und das unterstelle ich ja dem Pütz, dass der so einen schrägen Film fährt. Dass der nicht klarkommt eigentlich mit diesem Generationenwechsel. Ja, also, was denn eine Theorie bestätigt, also es macht schon Sinn, weil zum Beispiel Störte Priest, weißt du, hat auch diese krasse Musikkarriere, früher war die schon anscheinend ganz krass. Kennst du Freiwild? Ja. Der hat zum Beispiel bei denen als Vorband aufgetreten und so auf riesigen Konzerten. Und jetzt, weißt du, ist da so ein verbitterter Typ, der irgendwie Verschwörungstheorien erzählt auf seinem alten Musikkanal, verstehst du so? Und diese Tara Roman war only, also so eine Porno-Darstellerin und so Nacktbild-Darstellerin und so. Ja. Und jetzt macht sie es immer noch, aber halt so, weißt du, so ein bisschen noch, ja, du weißt schon, wie ich meine. Ja. Und also das bestätigt das ja eigentlich, dass diese ganze Bubble so ein bisschen hinterherhängt und nicht loslassen kann und nicht versteht, dass man vielleicht auch mal einen neuen Weg gehen sollte und nicht so auf die Linie draufhauen sollte. Ja, weißt du, dass sich die Zeit halt einfach ändert, weißt du, so, ne, das checkt man nicht so, weißt du, die jetzt, ich habe irgendwann mal so einen Spruch gelesen, dass die Typen, die jetzt reden, also eigentlich müsste ich ja auch so sein, ich habe irgendwie die Kurve gekratzt, ne, so, aber die, die jetzt so sagen, früher war alles besser und die 90er Jahre, die waren so eine gute Zeit, das sind die gleichen, die in den 90er Jahren so über die 60er Jahre geschwärmt haben. Und die haben wir auch für komplett wahnsinnig gehalten, weißt du, und jetzt so, dieses Früh ist alles besser, es ist halt, es ist irgendwie peinlich, weil man es nicht checkt, ne, dass man eigentlich zu das geworden ist, wo man immer so ein bisschen selber dagegen rebelliert hat. Ja. Ja, ist so. Bei mir wird jetzt auch eingeschrieben, 90er waren schon nice und so, weißt du. Natürlich waren sie nice, die 90er, weil, na klar war das, ja, 16, 17, 18 Jahre alt, na, da tauchst du gerade ins Leben hinein und so, da ist irgendwie alles fresh, da fühlt sich der Körper gut an und das, und ich sage ja so, der körperliche Verfall, den man so hat, ab Mitte 30, na, je nachdem, wie man sich ernährt und was man macht, den projizierst du, du projizierst ja den körperlichen Verfall dann eigentlich hinaus in die Welt, so. Und das mit dem, früher war alles besser, meint man ja letzten Endes nur, früher war ich ja besser. Also, ja, du hast recht, die, also ich habe die Theorie, der beste Jahrgang oder man, das Beste, also in dem man geboren sein kann, ist so 1990 rum. Das war schon die beste Zeit, weil, dann warst du genau erwachsen, als du dieses Internet-Ding und Social Media, oder so 1995 so, ja, weißt du, dann ist Social Media angefangen, da warst du erwachsen und konntest direkt rein starten, weißt du, diese ganzen YouTuber, diese riesigen YouTuber, die sind alle jetzt so um die 30, weil sie halt da geboren wurden. Ja, ja, das stimmt schon, nur ich muss halt auch sagen, ich bin, ich habe dafür alles, alles so richtig entdeckt, ne, ich hatte, ich konnte das so, ich weiß noch, zum Beispiel, ich habe mit der allerersten Konsole gespielt, die es gab, ne, die allererste Spielkonsole, das war einfach nur so ein viereckiger Punkt und dann, und dann hattest du zwei so Balken und hast so, und hast so Tennis gespielt, ne, und ich weiß noch, mein Cousin hatte das und ich saß bei ihm und habe das gespielt und habe mir gedacht, wow, was ist das, ja, und jetzt sitze ich dann da manchmal, ich zocke ab und zu gern Red Dead Redemption, das Zweier und dann sitze ich so und dann spiele ich und dann kippe ich so rein in diese Spielewelt und dann siehst du Vögel gefliegen und ein Reh hoppelt vorbei und irgendwo ein Hase und so und so die totale Atmosphäre und dann denke ich mir so, wow, und das hat sich so entwickelt, ne, so, also ich, ich habe so ein bisschen diese Evolution mitbekommen, dafür beherrsche ich halt Discord nicht so, ne, zockst du? Ja, ich habe viel gezockt, so FIFA, Valorant, Minecraft und so, Fortnite, Fortnite 2018. Also eher so Multiplayer-Sachen. Ja, halt so diese richtig berühmten, weißt du, diese richtig Mainstream-Dinger. Ja, und so Singleplayer, spielst du sowas? Finde ich ganz schrecklich. Ich habe einen Sohn, ne, der ist 15 und der zockt auch nur, der zockt auch nur so Fortnite und Minecraft und Rainbow Six und so und ich sage, hey, spiel doch mal Fallout oder spiel doch mal Red Dead Redemption oder spiel irgendwas mit einer Story. Aber er verweigert sich komplett, ne. Ja, aber kann ich auch verstehen, ich finde Singleplayer wirklich unfassbar langweilig. Ich kann mir das nicht antun. Ja. Also auch generell alleine zocken, finde ich schrecklich. Das ist für mich fast unvorstellbar. Also ich muss immer mit ein paar Leuten zusammen oder so, sonst kann ich das nicht. Aber das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Kann sein, aber gibt schon, ne, gibt schon deine Generation auch, ne, die Witcher feiern oder Fallout feiern und so. Ja, aber weniger, glaube ich. Ich bin auch, ich weiß nicht, ob du das auch bei deinem Sohn mitbekommst, aber ich finde auch dieser Impact von TikTok, Instagram, YouTube Shorts und allem Möglichen zusammen. Zum Beispiel, wenn ich hier zocke, ne. Ich habe links YouTube auf meinem Monitor, rechts Discord. In den Lobbys gehe ich schnell in Clash of Clans, TikTok oder sonst was rein. Noch in die Runde teilweise spiele ich und bin am Handy gleichzeitig und schaue noch, ob eine Netflix-Serie auf dem anderen Monitor und spiele noch mit einer Hand dann irgendwas rum ohne, also no sexual. Entschuldigung, das ist wirklich, das ist wirklich insane. Und wenn ich dann, also ich trainiere Basketball, auch noch kleine Kinder, so U12er, also U10- und U11-Jährige, wenn ich die sehe, wirklich, als ich angefangen habe und die noch überhaupt gar, also komplett undiszipliniert waren, die gehen in der Trainingpause ans Handy und öffnen TikTok. Ich bin, also ich, die sind fünf Linien-Sprints gelaufen, ja. Ja. Also das, also das, also das sind wirklich so Sachen, die machen die Generation kaputt und deswegen würde ich fast sogar mitgehen, dass, also bis zu den 2005er-Jahrgang und noch alles in Ordnung war, danach ist alles verloren. Aber siehst du nicht, kann das nicht auch so vielleicht was Positives sein, irgendwie? Nein. Gar nicht? Null, null Prozent, ja. Das ist wirklich, also, ne, muss ich, also, Aufmerksamkeitsspanne ist unterirdisch geworden. Ja. Diese, diese, diese ganze, diese ganzen Memes, diese ganzen, die ganzen Videos, die, also, Zehnjährige sind heutzutage reifer als ich mit 14. Kein Spaß. Ja. Die wissen von Sachen, die wusste ich nicht mal mit 15. Das ist, weißt du, weil die, die Eltern, die geben Scheiß, die geben denen das Handy in die Hand, um die halt loszuwerden. Ja. Die, die wollen sich nicht mal mit den Kindern richtig beschäftigen, die, die, die geben die auch bei mir im Verein einfach ab, weil sie keinen Bock mehr auf die haben. Genauso geben die den iPad und ein Handy in die Hand. Ja. Und dann gehen die unlimitiert auf TikTok, Insta und finden Sachen, die sie niemals zu Gesicht bekommen sollten, weil die halt der Algorithmus bestimmt ist und nicht die selber, weißt du? Ja. Und dadurch kommen die mit solchen Sachen in Berührung, die sie vergiften. Die haben null Ahnung, bekommen auf TikTok irgendwas mit und übertragen dann antisemitische Behauptungen oder sonst was, weißt du? Ja. Und das ist halt so ultra gefährlich und das wäre bei mir zum Beispiel niemals passiert, weil die einzigen Leute, die mir was gesagt haben, waren irgendwelche Freunde, die wussten auch nichts, weil es auch kein Social Media gab. Meine Eltern und meine Lehrer, so, weißt du? Ja. Ich habe so, ich kann, nachvollziehbar, ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass man das kompensieren könnte, na, wenn es, wenn es einen Austausch gibt mit den Kids. Das, da sehe ich halt das Problem, ne, dass die oft alleine sind mit dieser Flut an, an Informationen, halt auch Falschinformationen und, und dann fehlt halt irgendwie so der Bezug. Zu den Eltern oder einfach zu jemandem, der da ein bisschen Überblick hat, um sich auszutauschen. Mein Junior, ne, der ist ja viel unterwegs auf TikTok und so und der wäre halt beinahe Andrew Tate, also bei Andrew Tate voll reingekippt, ne. Ja. Und was hast du, wie hast du es gelöst? Na, ich hatte das Glück, ich schaue, ich liebe den H3-Podcast aus Amerika, das schaue ich ganz gerne und deshalb wusste ich schon, wer das ist, Andrew Tate. Und dann kommt er irgendwann und erklärt mir eben, ob ich weiß, wer Andrew Tate ist und ich wusste es. So, ne, und jetzt konnte ich gleich so ein bisschen in den Austausch gehen. Viel geredet einfach und irgendwann hat er dann schon kapiert, dass da, dass der Typ einfach toxisch ist, ja. Aber der hat ja TikTok geflutet, so, ne, Andrew Tate, das war so zwei, Anfang 2022 kam der plötzlich auf die Bildfläche. Ne, vorher noch. Ja, aber so richtig krass war doch so Anfang 2022, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Hat dich sowas mal gecatcht, so diese Manosphere oder so? Boah, ich überlege gerade. Ich kann mich tatsächlich an keiner erinnern, muss ich sagen. Also, ich würde sagen, dass ich vielleicht vorher ein bisschen so konservativer war. Also, ich habe so KuchenTV und so mehr gefeiert und so, solche Art von YouTubern und war auch noch so ein bisschen, ja, so mehr da rein eingestellt. Jetzt hatte ich es eher, also ein bisschen weiter, würde ich sagen, links gewandt. Ja, aber... Beide Tuchen ist ja jetzt nicht konservativ, ne, würde ich sagen. So, den halte ich schon für so einen, für so einen, ja, wie soll, so, 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 so weich, linksliberal, aber halt mit so einem krassen Edge, Edge-Lord-Einschlag und, äh... Sehe ich auch so, aber er hat ein bisschen falsche... Also, ich habe irgendwie das Gefühl, so Skurros und so ziehen ihn ein bisschen wieder in die falsche Richtung. Skurros, eine ganz eigene Liga, na, Orange im Orange, Skurros ist ja schon, also der geht ja in eine ganz weirde Richtung. Ja. Da geht es ja auch schon um Gott und Religion und so Sachen. So, dann, dann noch diesen scheiß moralischen Film, den der Typ fährt und so, also, das, das stimmt schon, ja, dass diese Verbindung da vielleicht auf Dauer nicht gut tut. Mhm, ja, also, er hat, er setzt ja auch für LGBTQ und so ein, also Kuchen, das ist ja auch super. Ja. Also, da, das, da hast du auf jeden Fall recht, aber er ist jetzt zum Beispiel, also, zum Beispiel in Alpha Kevin würde ich ja zum Beispiel Linker positionieren oder in Reeves oder so. Ja, ja. So richtig hatte ich auf jeden Fall keinen, keinen Einfluss da in diese Männlichkeitssphäre. Ja, ich glaube so, ja, das Problem, was ich bei Kuchen sehe, ist, der macht so Kulturkampf. Also, der fährt ja, der sagt ja von sich, er führt diesen Krieg gegen die Woken und das muss er jetzt gewinnen und das ist halt so dieser Kulturkampf, aber das machen viele, die jetzt nicht unbedingt konservativ oder rechts sind, die sind halt bei diesem Ganzen, die sehen sich da irgendwie so, ja, man muss da jetzt diesen Kampf führen, alles entscheidende Kampf gegen die Wokenis oder so. Da macht er halt mit, der Kuchen. Das ist bitter. Was sagst du zu Jay Riddle? Ich schaue mir, ich habe mir von dem mal was angeschaut und ich kann den nicht, also ich kann das nicht feiern so, ich finde das jetzt nicht lustig, die Art, wie er das macht, weil das Lustige sind einfach die Clips, die er einspielt, mir fehlt so ein bisschen eine eigene Note an Humor oder so, die er bringt und ich habe eigentlich keine Meinung dazu, muss ich sagen. Ich finde, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass man ihn so feiert, auf der anderen Seite ist es klar, weil das ja auch so schnell geschnitten, wieder irgendein witziges Video, also es ist eigentlich so ein ausgedehntes TikTok-Video, was er so abliefert. Das ist halt erfrischend, weißt du, weil man sieht uns immer das Gleiche, ich gehöre auch dazu, aber ich muss sagen, ich feiere ihn da schon, auch wenn er jetzt manchmal ein bisschen übertreibt, aber das ist ja auch seine Art, aber vom Tag her feiere ich ihn schon sehr, muss ich sagen. Ist auch ein cooler Typ. Ich habe mitbekommen, als das losging mit ihm im Sommer, dann haben ein paar Leute geschrieben, schau dir das mal an, dann habe ich kurz mal reingeschaut, aber mich hat es nicht abgeholt, aber vielleicht bin ich auch zu alt für sowas. Ja, kann sein. Oder du stehst zu sehr auf der Seite von Shoyoka, wie jetzt der ein oder andere Hater sagen würde. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich Team Shoyoka bin, aber ich fand, das ging zu weit, was passiert ist. Ja, kann ich verstehen. Ich bin, also wirklich, ich habe mich da von Anfang an konsequent rausgehalten, ich habe nur einmal auf Tobias Huch reagiert und ein paar Mal auf Jerry Riddle, aber sonst bin ich da komplett raus, soll KuchenTV und Shoyoka unter sich ausmachen, wobei das ja sowieso schon nicht mehr der Fall ist. Ich habe so, ich fand ja schon diese ganze Debatte im Februar, als Hogwarts Legacy rauskam, ich konnte dazu nichts machen, also ich fand, das war mir einfach zu stupid, das Ganze. Das ist so irrelevant irgendwie, weißt du? Und da war ja Shoyoka auch, das muss man schon sagen, dass so dieses Versteifen auf das Spiel und man muss das jetzt boykottieren und wer das nicht möchte, bekommt eine Ansprache. Damit hat man sich halt viel an Solidarität schon kaputt gemacht und zerschlagen, was man dann eigentlich oder was sie gebraucht hätte dann ab Herbst. Was ich auf jeden Fall lächerlich fand von Shoyoka war die Abmahnung gegen Kuchen, also das war wirklich lost. Habe ich so peripher mitbekommen, ja. Ja, sowieso, ich weiß, du hast es ja bestimmt auch mitbekommen bei mir oder vielleicht, weißt du, mit meiner Abmahnung hast du es mitbekommen? Du hast eine Abmahnung bekommen von dieser Lehrerfrau oder so? Ja, genau, Lehrerfrau. Und ich war schon vorher, ich habe vorher schon ein Video gemacht, glaube ich, oder irgendwie dazwischen, nee, davor, zu Skurros und wie ich seine, seinen Verhalten mit Abmahnung und seinen Bezug zur Abmahnung überhaupt nicht gut finde, habe das hart kritisiert. Dann bekomme ich selber eine und das hat es wirklich nicht geändert. Also ich finde Abmahnungen auf YouTube, wenn sie nicht wirklich unfassbar gerechtfertigt sind und jemand wirklich übertrieben, übertrieben hat, finde ich sie so unfassbar unangenehm. Ich würde mir so peinlich vorkommen, wenn ich irgendjemand eine Abmahnung schicken würde. Weißt du? Oder wie siehst du das? Es kommt halt darauf an. Ich habe zum Beispiel überlegt, bei dem Murksi Pütz habe ich schon überlegt, ob ich nicht juristische Schritte irgendwie einleite, für das, was er gesagt hat. Also bis zu einem gewissen Grad kann ich es verstehen, dass man sowas macht, aber... Ja okay, das ist auch eine offene Beleidigung, das was anderes. Also da kann ich es auch verstehen. Ja, so wegen jedem Scheiß. Also ich finde, das wird überstrapaziert. Das wird zu viel gemacht. Hast das du unterschrieben, die Abmahnung? Nein, nein, nein. Ich würde alles verkaufen, um mich juristisch dagegen zu werden. Ja, ist dann irgendwas passiert? Ich habe mir einen Anwalt gesucht, einen sehr, sehr guten Partner von der großen Kanzlei. Ja. Und der hat da eine E-Mail zurückgeschickt, also einen Brief zurückgeschickt und seitdem kam nichts mehr. Also entweder kommt jetzt eine Klage oder es kommt keine oder wir schicken eine. Ja. Gegen Klage. Also... Vielleicht habe ich mal einen Streamer. Angezeigt? Ja. Wegen? Weil er gesagt hat, ich hätte ihn gedoxet. Aha. Und das ist ja quasi eine Straftat nach Toxing. Ja. Und war ich bei der Bullerei dann und habe ihn tatsächlich angezeigt, ja. Und was war rausgekommen? Ich habe das dann wieder zurückgezogen und gab dann ein Gespräch mit ihm, so. Da war dann der Ärger verflogen, dann hatte ich es zurückgezogen. Aber jetzt ist ohnehin dicke Luft, kein Kontakt mehr oder so. Willst du sagen, wer es war? Ich sage seinen Namen nicht mehr. Okay. Das war eine absolut persönliche Enttäuschung. Ich hatte mit dem mehrmals telefoniert auf einer total freundschaftlichen Ebene. Habe dann den sogar zu meinem Geburtstag eingeladen und so. Und dann kam wieder etwas komplett Unnötiges und ich versuche den einfach namentlich gar nicht mehr zu sagen. Wie Voldemort. Aber das ist nicht der Typ mit dem Bild, oder? Nee. Okay. Nee. Nee, das mit dem Bild, das ist eine spaßige Geschichte für mich. Das ist nichts Persönliches. Ich habe deinen Kurzfilm gesehen, wie du das Bild da abgeholt hast. Ja? Das habe ich gesehen. Das mit dem Film-Kiplonen? Ja, genau. Ja. Das habe ich gesehen. Aber dann habe ich nur gesehen, dass du es auf Ebay oder Kleinanzeigen versteigert hast, glaube ich. Und dann kam, habe ich den Tweet gelesen, dass da irgendwie, ach da hinten ist es ja. Ja. Dass es da irgendwie Probleme gab. Ja. Was ist passiert? Habe ich malen lassen. Hat ein Künstler gemalt. So nach ein paar Ideen, die ich präsentiert habe. Und dann habe ich es auf Ebay gegeben. Schau, ganz kurz zusammengefasst, dieses Bild gibt es ja nur, weil der Polytopia, der darauf dargestellt ist, hat mir unterstellt, ich möchte mit seinem Gesicht Geld verdienen. Und ich habe dann gesagt, wenn du mir das unterstellst, dann mache ich es. Dann habe ich das Bild malen lassen und habe gesagt, ich versteigere es, um mit seinem Gesicht Geld zu verdienen. Und dann habe ich es auf Ebay gegeben. Ich habe gezahlt, habe ich 350 Euro dafür. Dann habe ich es auf Ebay gepackt. Ich hätte nie und nimmer mit so einer Summe gerechnet. Ich habe gedacht, ich werde zu 450, 500 Euro dafür bekommen. Dann lief die Versteigerung, zehn Tage. Und 90 Minuten vor dem Ende der Versteigerung hat Erwin dazu aufgerufen, seinen Chat. Es ist so absurd. Es ist so. Hat er seinen Chat aufgerufen, hat ihnen eine richtige Anleitung gegeben, wie man dieses Bild auf Ebay meldet. Warte, Erwin ist Prototopia, oder? Ja. Und die haben alle mitgemacht zu seinem Chat. Haben alle mitgemacht. Nur die Versteigerung lief, das Bild wurde versteigert und eigentlich ging es weg um 1.007 Euro. Dann am nächsten Tag, weil so viele Meldungen reinkamen, schlug der Algorithmus an von Ebay. Dann hat Ebay das Angebot runtergenommen, weil in der Artikelbeschreibung hatte ich den Link zu dem YouTube-Video mit der Erklärung, wie das Bild gemacht wurde. Du darfst aber keine Videolinks posten, außer sie behandeln den Artikel. Das heißt, das war sowieso laut AGB für Ebay war es okay, musste ich Einspruch anlegen. Dann war halt Weihnachten so, weil die Versteigerung war am 23. zu Ende. Dann war Weihnachten und ich war dann so gefeiert mit Familie. Dann war ich noch bei meinem Vater so am 26. und dann komme ich am 27. nach Wien und bekomme eine Nachricht von Ebay, dass mein Account quasi auf Lebenszeit bin ich gesperrt auf Ebay. Und egal was ich mache, ob ich mit irgendeiner Firma, die ich mal haben sollte, mit was auch immer, wenn ich mich wieder anmelde, wird alles gesperrt. Und dann hatte ich die Nummer zum Ebay-Support, rufe ich dort an, sage ich, hey, die Sache ist so und so. Dann hatte ich das alles erklärt, dann hat der meinen Account wieder freigeschalten. Ich habe einen Eintrag jetzt, dass das ein geschütztes Konto ist, weil ich gesagt habe, ich werde sowas öfters machen, so Versteigerungen von Bildern und so. Und jetzt am 11. oder am 13. starte ich wieder die Versteigerung und am 21. ist dann das Finale. Und du hattest überlegt, juristische Schritte einzuhalten? Ich habe überlegt, ob ich über die Rechtsschutzversicherung was mache, aber das mache ich jetzt nicht. Warum nicht? Ich habe mich geärgert. Ich fand es letztklassig. Ich finde diese Doppelmoral scheiße, weil er sich auch immer wieder aufregt über Leute, die melden und so. Redet von Cancel Culture, sagt Kunst soll alles dürfen, Kunstfreiheit. Bei mir ist es dann Mobbing, wenn ich das mache und dann wird der Chat aufgerufen, das zu melden. Diese Doppelmoral hat mich angefragt. Ich habe mich geärgert. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Ich gehe zum Anwalt, aber ich mache es jetzt eh nicht. Ja, ist doch Zeitverschwendung. Ist Zeitverschwendung und letzten Endes gewinnt eh nur einer. Der Anwalt. Und das ist der Anwalt. Gut, wenn es 100 pro klar ist, dass du irgendwie juristisch ansetzen kannst von mir aus, aber das war es bei der Sache dann auch nicht. Und letzten Endes schon Streisand-Effekt. Viel mehr Leute sind auf das Bild aufmerksam geworden und ich haue das jetzt nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich nochmal auf die 1000 Euro komme oder so, aber du, ich bin auch happy, wenn es 600 sind. Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Ja. Also es ist mal was anderes. Ich glaube auch. Ja, du, der es ersteigert hat. Der Alex ist eh hier im Chat. Kunst kann man nicht canceln, schreibt er. Der Alex, der es ursprünglich ersteigert hatte, der hat ja dann auch von sich aus gesagt, ich habe zu ihm gesagt, hey, du kannst es dir aussuchen. Nochmal die Versteigerung oder nicht. Er hat dann gesagt, okay, let's go. Lass es uns nochmal machen, dass es offiziell einen Abschluss hat. Und was wollte ich jetzt sagen? Und der sagt auch, um die 1000 Euro hätte er es genommen, weil es halt irgendwie so ein bisschen, auch wenn es nur was Kleines ist, ist es so ein bisschen Twitch-History. Vielleicht in 500 Jahren landet es im Museum und dann können seine Erben und Erben der Erben das nochmal teurer verkaufen. Ich lasse jetzt ein Bild malen, das hat einen Bezug zu ihm, geht aber auf eine größere Ebene und wird sich mit dem Drachengame beschäftigen. Und das wird eine ganz wilde Sache. Ich bin gespannt. Aber mit dem Drachengame, da würde ich mich raushalten. Ja, du, es ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Drachengame und ich finde, ich habe das recht. Ja, safe. Aber seid gefährlich. Ja, ich habe schon ein paar Mal so vereinzelt, was da ein bisschen gegen Hater und so, die auch durch den Kakao gezogen. Hank Luce, weiß nicht, ob dir der was sagt. Mit dem habe ich eine kleine History. Wurde ich auch gewarnt, dass ich die Fingern davon lassen soll und so. Ich habe es nicht gemacht. Ich merke das nicht. Wenn man droht und so, das mag ich nicht. Ich habe es gemacht. Was soll es sein? Bekomme ich Pizzas nach Hause oder irgendwas? Aber ich lasse mich nicht einschüchtern von so einem durchgedrehten Mob. Ja, finde ich auch gut so. So sollte es auch sein. Aber weißt du, da bin ich zu, da hätte ich viel zu wenig Bock auf diesen ganzen Stress. Also dieser ganze Stress, den ich jetzt zum Beispiel wegen der Abmahnung hatte, das reicht mir nicht. Man muss es machen, weil man muss sein Gesicht bewahren. Man muss auch für sich selber einstehen. Man darf sich nicht von so Leuten einfach runterreden lassen. Also das waren halt alles Punkte in der Abmahnung bei mir zum Beispiel. Die waren alle ein Witz zum Beispiel. Dann lasse ich es mir auch nicht gefallen. Aber ich respektiere es schon, wenn man dann so gegen solche Leute marschiert, sage ich mal. Weil ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Sag, wie alt warst du, wie du das erste Mal mitbekommen hast von Drachengemen? Ich? Ja. Ich glaube damals, als KuchenTV dahin marschiert ist. Okay, und wie warst du da zu Beginn darauf eingestellt? Ich fand es lustig, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich war halt auch noch jung, weißt du. Ja, da wirst du 16, 17 gewesen sein, oder? Ja, vielleicht sogar noch früher. Wann war das? 2016, 17 oder so. Ja, aber fandest du es witzig? Oder warst du dem Winkler gegenüber negativ eingestellt? Oder eher war das Ganze so ein Spaß? Es war eher ein Spaß. Ich habe die Clips gesehen, die Videos, wie er ausgerastet ist, wo die Tür gekommen ist. Und habe halt so, ha, 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 ein Mann rastet aus. Aber ich habe jetzt nicht so, ich habe erst später begriffen, dass das halt wirklich, also so richtig begriffen, wie schlimm das alles ist, habe ich erst, als er das Gerichtsverfahren hatte. Okay. Weißt du, weil das, dann habe ich mir halt so überlegt, okay, stell dir mal vor, ich habe ein Haus. Ja. Und dann, okay, ich trage auch eine Mitschuld dran, aber das Haus ist jetzt einfach weg. Ja. Und das hat mir gezeigt, okay, das ist wirklich heftig, was da passiert, weil seine Existenz ist weg. Verstehst du? Ja. Egal, ob er jetzt dran Schuld hat oder nicht Schuld, scheißegal, Schuldfrage mal ausgeschlossen, seine Existenz ist weg. Und das ist wirklich heftig. Gecancelt. Würdest du sagen? Also ich würde sagen, der Winkler wurde gecancelt. So, man wollte den loswerden aus dem Internet und hat sogar geschafft, dass das Haus verschwindet. Also ich habe, ich streite mich da auch immer wieder mit meinem Chat und anderen Leuten über das Wort gecancelt, weil ich würde sagen, wenn man, wenn man in dem Job, in dem man gecancelt wird, immer noch sich befindet und erfolgreich ist, dann ist man nicht gecancelt. Ach so, der streamt ja noch, ne? Der streamt noch und gar nicht mal so unerfolgreich. Okay. Und wäre das jetzt auch nicht mehr der Fall, dann würde ich dir zustimmen. Ja. Aber auch bei hier Luke Mockridge und Rammstein, dass die gecancelt wurden, das ist einfach nicht der Fall. Ja. Ich habe so dieses Bild, was ich jetzt malen lasse, der Pell, der hat diesen Donald gemalt, den ich da hängen habe und der hat auch das Polytopia-Bild gemalt. Und der Pell malt jetzt auch dieses Bild eben, was sich so mit dem Drachengem auseinandersetzt. Und der wusste nicht, was das ist. Der hatte keine Ahnung, was das Drachengem ist. Und ich habe ihm diesen Spotify-Podcast zum Hören gegeben. Wer hat Angst vor Rainer Winkler? Kennst du den? Fünf Folgen, schon musste er anhören. Und das habe ich ihm so gegeben und dann haben wir uns immer wieder getroffen, ein bisschen geplaudert und so. Und dann saßen wir letzten Dienstag zusammen und haben angefangen mit dem Entwurf von dem Bild. Und ich hatte schon Kamera dabei, wir wollten das dokumentieren und so. Und er, der Freund aus Leipzig, hat so einen Entwurf gezeichnet mal zu dem Ganzen. Und dann saßen wir so zu zweit, haben schon gefilmt und der Pell, Wahnsinns-Ideen. Und da machen wir so und grelle Farben und hier so und so. Und das war am Dienstagabend und am Mittwochvormittag bekomme ich dann eine SMS von ihm und sagte, hey, ich bin raus. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das hat so angefangen in mir zu arbeiten, was man mit diesem Typen eigentlich getan hat. Und ich steige aus. Ich mache bei diesem Bild nicht mehr mit. Und jetzt? Jetzt macht es eine Künstlerin, eine Freundin von mir. Okay. Krass. Weil er sich nicht mit den Hatern anlegen wollte oder weil er es so schlimm fand? Weil er das so schlimm fand, dieses Ganze, was man gemacht hat, diese Entwicklung von dem, das fand er so schlimm, dass er einfach nicht, dass er gesagt hat, er möchte als Künstler damit nichts zu tun haben. Bei mir schreibt gerade jemand rein, aber er wurde doch gebannt aus eigenen Fehlern. Er ist nicht weg von YouTube, weil er gecancelt wurde. Ich habe jetzt gar keine Ahnung davon. Also ich muss dazu sagen. Es ist so, man hat gesagt, der muss weg. Also viele von diesen Hassern gegenüber ihm haben ja gesagt, er muss weg. Er muss raus aus dem Internet. Und das würde ich schon als eine Form von zumindest versuchten Canceln zu behaupten. Ob der jetzt wegen irgendeinem Scheiß-Blog, den er geschrieben hat oder weil er irgendwas Falsches gesagt hat, dann man hat ihn letzten Endes gemeldet auch und so hat er dann seine Plattform verloren. Also es gibt immer ein paar, die das schön reden wollen, man muss sich da irgendwie auch rechtfertigen, weil man sich da hat mitnehmen lassen von diesem Sog, verstehe ich auch. Aber für Außenstehende, die da neutral an diese Sache rangehen, gibt es da keine Rechtfertigung für das, was man mit dem Winkler gemacht hat. Ist einfach so. Ja, ich sage jetzt mal weder ja noch nein, weil ich bin da zu wenig drin. Ich habe mich zu wenig auseinandergesetzt, um da wirklich ein Urteil drüber füllen zu können. Ich kann es ja verstehen, das hatte ja einen Charme. War auch witzig und so. Kann ich bis zu einem gewissen Grad absolut nachvollziehbar. Er war eine öffentliche Figur. Hat man auch das Recht, sich darüber lustig zu machen und so. Da muss man nicht diskutieren. Aber diese Entwicklung, da gibt es keine Rechtfertigung dafür. Kennst du Nick Nando? Wie? Nick Nando. Nee. Das ist ein sehr erfolgreicher TikToker. Auch sehr reich inzwischen dadurch geworden. Ist bei den TikTok-Livestreams immer in den Top 10, glaube ich, von ganz Deutschland mit den meisten Zuschauern. Und gegen den habe ich mein erstes Comeback-Video gemacht, als ich wieder mit Meinungsblocks nach der Verletzung angefangen hatte. Und der hat zum Beispiel, also viele haben gesagt, der ist Rainer Winkler 2.0. Nick Nando. Ja, genau. Weil der tatsächlich, genauso wie Drachenlord gesagt hat, ja, kommt alle zu mir nach Hause, wenn ihr euch mit mir anlegen wollt, kommt her. Ihr wisst eh schon, wo ich wohne, dann kommt doch, weißt du. Ja. Also das hat schon sehr, sehr daran erinnert. Wobei ich Nick Nando, also, sein Content verabscheue ich wirklich. 165.000 Follower hat er auf TikTok, sehe ich gerade. Ja, der ist aber bekannter als die Follower-Aussagen. Ja, und er ist live, warte, ich gehe kurz mal. Er ist live mit 1,7.000 Zusehern. Relativ wenig sogar noch für seine Verhältnisse. Der macht so Shows, also der veranstaltet die richtige Shows. Der fliegt mit Kandidaten nach Mallorca zum Beispiel. Okay. Macht da so Game-Shows. Zum Beispiel mussten mal seine Teilnehmer, die, wie soll ich das sagen, auffällig, genau. Seine Kandidaten haben auffällig. Also, man kann vermuten, dass viele von denen geistig behindert sind. Ja. Und die müssen dann zum Beispiel so lange im Pool stehen und zum Beispiel Hampelmänner machen, wie Spenden kommen. Also, dann kommen dann so Raumschiffe und so auf TikTok. Aha. Und dann muss jemand von den Teilnehmern 20 Hampelmänner im Pool machen und die dürfen erst raus, wenn keine Ahnung was passiert, weißt du. Also, er benutzt sie dann quasi, um Spenden zu bekommen und das funktioniert extrem gut. Der macht das einfach alles über TikTok. Ja. Okay. Krass. Nee, wusste ich gar nicht. Aber gut. Der muss das ja schon ein bisschen smarter angehen, oder? Als der Winkler. Ja. Weil der scheint ja richtig fett Kohle zu machen damit. Ja, das ist unfassbar. Also, nach meinem Video ist Rezo darauf aufmerksam geworden. Alpha Kevin hat ein eigenes Video gemacht. Rezo hat ein Video gemacht. Momudi und andere haben alle Videos gemacht. Und Tobias Huch meinte, er wendet sich an TikTok und versucht, den runterzubekommen. Weil der Nenkenander hat dann eine fette Ansage gemacht gegen mich. Alpha Kevin, Tobias Huch hat alle beleidigt. Und Volane, falls ihr die kennt, war auch dabei. Und dann, aber das ist nicht passiert. Der ist immer noch online, wird von TikTok supportet. Und das ist wirklich krass, was da passiert. Also, das ist einer der schlimmsten Influencer, meiner Meinung nach. Ja. Ja, gut. Vielleicht entwickelt er sich noch. Ja. Ich meine, TikTok hat schon krasse Auswüchse. Das muss man schon sagen. Unfassbar schlimme. Ja. Also, was da teilweise zusammenkommt, das ist bodenlos. Da ist Twitch noch wirklich die Elite von Social Media. Wie würdest du es ranken? So von der, was am schlimmsten ist? TikTok auf die 1. Ja. Dann Instagram. Ja. Nee, dann Snapchat, dann Instagram. Nee, da ist, so nochmal. TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, Twitch. Twitch ist für dich am besten? Ja. Mit Abstand. Aha. Also, was so die, also ich habe jetzt von Trash zu gut quasi oder zu, so ich sage, zu professionell oder zu seriös gemacht. Ja. Vielleicht kann man auch noch YouTube und Twitch tauschen. Wie begründest du das, dass Twitch für dich so das am wenigsten toxische oder am wenigsten trashigste ist? Mit den Richtlinien. Twitch bannt alles weg, was nicht sich dran hält. Alles, was irgendwie scheiße macht, wird sofort weggebannt und deswegen ist es relativ clean hier. Ja. Und TikTok hat überhaupt keine Richtlinien gefühlt und Twitter und so auch nicht. Ich meine, wird schon immer wieder mal jemand weggefetzt, aber eigentlich wenig, ne? Und du fragst dich dann manche, warum sind die noch da, so. Ja. Aber kennst du irgendeinen Streamer auf Twitch, wo du dir denkst, hm, wie kann der noch nicht gebannt sein? Eigentlich nicht, oder? Gibt schon ein paar, ne? So, gerade so ein bisschen aus dem politischen Spektrum. Sind, sind, gibt so, ich sage jetzt nicht direkt wer, aber gibt so eine, gibt so eine Gruppe, ne, die so, also da kannst du schon sagen, rechtsradikale Propaganda. Und die halten sich eigentlich, die halten sich eigentlich schon seit langer Zeit, ne? Okay, krass. Ja, gut, zum Beispiel KuchenTV, Lifetime gebannt, ist halt schon übertrieben. Also, weißt du, Twitch, Twitch geht da schon hart vor gegen die Leute, auch die ganzen Casino-Leute wurden alle weggebannt, sofort. Ja, ich meine, da wurde, wurde halt viel gemeldet dann auch, dieser Stream, wurde sicher viel gemeldet. Jetzt kann man darüber streiten, ist der Bann auf Lebenszeit, ist er gerechtfertigt oder nicht, ne, so. Ich kann aber die, die Aktion von Twitch, also das war schon ein Schandfleck. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ja. Also, das war schon, das war schon mies, was da passiert. Aber so viel können wir beide sagen, auf YouTube wäre dafür nicht gebannt worden. Auf YouTube wäre er wahrscheinlich nicht gebannt worden. Ich muss aber auch sagen, ich hätte damit gerechnet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass YouTube nachziehen wird. Ja? Ja. YouTube bannt überhaupt nichts. Nee, kann schon. Also, ich hätte jetzt nicht gesagt, was ich gedacht hätte, wäre eigentlich, dass er die Monetarisierung verliert. Nein. Niemals. Maximal das allergrößte der Gefühle wäre vielleicht Strike. Ja. Aber mehr auf keinen Fall wegen sowas. Also, was, nee, auch das nicht. Wirklich nicht. Also, nee. YouTube ist da viel, viel gechillter. Ja. Hast du schon mal einen Strike bekommen? Ja. Wegen was? Ich habe mich über so, ganz schräg, ich habe mich über so eine Schwurblerin lustig gemacht. Das war Dezember 2021, hatte ich mich über so eine Schwurblerin aus dem österreichischen Corona-Widerstand lustig gemacht. Und dafür habe ich einen Strike kassiert, wegen Mobbing. Okay. Ich weiß aber nicht, warum. Das war, ich habe, das war so, das war eine Aufnahme aus Wien. Und es gibt in Wien den Steffansdom. Und das war vor dem Steffansdom. Und die haben so mit dem Polizisten diskutiert. Und ich habe da, ich habe nicht mal irgendwie, ich habe ein paar blöde Sprüche gemacht, aber nicht mal irgendwie beleidigt oder so. Und bam, hatte ich den, hatte ich meinen ersten Strike. Krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es auch einmal bekommen, wegen irgendwas Dummen, aber habe dann sofort einen Spruch eingelegt, nach zehn Minuten war er wieder weg. Ja, nee, der blieb mir, der ist jetzt, ich konnte so einen Richtlinienkurs machen und jetzt ist er dann verfallen. Einen Copyright Strike habe ich jetzt. Glückwunsch. Ja. Das ist jetzt, ich habe einen Copyright Strike, weil ich ein Twitter-Video abgespielt habe. Und das wurde geclaimed und die Rechteinhaber haben das auch gleich gestrikt. Und ich habe da jetzt einen Spruch, mal schauen, was rauskommt dabei. Einen richtigen Strike? Einen richtigen Strike, einen von dreien, ja. Ach du Scheiße. Ja, wegen so einem scheiß Twitter-Video, wo ein, zwei Bergsteiger, ich habe das im Stream gezeigt und ich stream parallel auf YouTube, ne, und du hast zwei Bergsteiger, die den Berg hochklettern und dann kommt so ein Free Climber und zieht an ihnen vorbei. Und das, und das war's, ne, so vier Stunden Stream, das Video dauert 90 Sekunden, zack. Das ist heftig. Ja. Also, ich lade ja wirklich, ich lade ja viel mehr hoch als du und ich habe sowas noch nie, noch nie gehabt. Ja, ich glaube, das war einfach Pech. Ja, ich glaube auch. Ich schaue halt so, weißt du, ich stelle Videos zusammen, kleinere und die spiele ich ab und da ist wahrscheinlich, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass irgendwas mal dabei ist, wo irgendwer meint, er hat die Rechte drauf. Ich weiß ja nicht mal, ob die tatsächlich Rechteinhaber sind oder so. Bereitest du deine Streams so richtig vor, hast du so einen Plan? Ja. Ich glaube, du wirst so überqualifiziert für Twitch. Ich glaube, irgendwann wird sich das schon auszahlen, was ich mache. Also, ich arbeite mich langsam nach oben. Du, ich habe angefangen, wir haben auf Twitch, haben zwei Leute zugeschaut. Normaler Weg. Ja. Zwei Leute und auf YouTube waren es ein bisschen mehr. Und jetzt habe ich eh, jetzt habe ich so im Schnitt 180. Es geht eh langsam nach oben, ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, aber ist doch cool. Ja. Also, ich meine, bist du Partner und ich nicht. Hä? Ich meine, bist du Partner und ich nicht. Genau. Aber du wirst es auch werden, also. Was hast du denn durchschnittlich Zuschauer? So 80, glaube ich. Okay, na, du brauchst, glaube ich, 120, ne? Ne, 75. Oder 75, okay. Aber du, einfach immer wieder, ich habe das bei mir, war es so, immer wieder abgelehnt, gleich wieder abgelehnt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich schätze mal, das hat mir irgendwie mit einem Algorithmus oder so zu tun. Mach einfach immer wieder und dann bist du es irgendwann. Alfred Kevin hat gesagt, er wurde 22 Mal, glaube ich, abgelehnt. Ja. Der hat einfach zwei Jahre gewartet. Ja. Der ist schon bitter. Ja. Ich weiß nicht, bei mir ging es relativ zügig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vier Mal oder so probiert und dann war ich es. Ja, weil du so woke bist. Das passt ja zu Twitch, weißt du. Ja. Twitch, die woke zu aller woken Plattformen. Ja, deswegen bist du und die ganzen anderen überwoken wie Freiraum Reh und so ja auch direkt Partner geworden und andere warten so lange wie ich. Genau. So ist das. Wir halten euch unten, wir halten euch unten, ja. Ja. Musst auch, musst ins woke Lager. Soll ich mir auch hier so LGBTQ-Flaggen hin kleben, dann wird es ein Stuhl wie Dekal Denton, die ganzen Leute. Genau. Ich glaube, das ist der Hack, um endlich Twitch-Partner zu werden. Ja. Aber gut, der Wind dreht sich eh und dann kannst du dir eine durchgestrichene LGBTQ-Fahne und wirst trotzdem. Oder sonst kannst du auf Kick gehen, da ist Anti-Wokeness willkommen. Ja, ich mache es einfach immer so, wie der Wind gerade weht. Dann bretiere ich halt den Strich von der LGBTQ-Flaggen wieder weg, wenn es halt wieder zurückgeht. Hauptsache, ich werde erfolgreich auf die Kosten anderer. Ja. So wie jeder andere auch. Ja, so muss man arbeiten, ja. Tja. Erzähl mir mal, wann wurdest du zum ersten Mal mit dem Begriff woke konfrontiert? Wann ich so genannt wurde oder wann ich das erste Mal das gehört habe? Nee, wann du das erste Mal davon mitbekommen hast. Boah. Gute Frage. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es, als wäre es gestern gewesen. Von Black Girl Armor. Eine TikTokerin, das war die erste Person, die ich zerstört habe. Okay. Zerstört. Ich sage es immer nur aus. Ja, ja. Ich zerstöre keine Leute, aber ich sage es immer nur so aus Witz. Das war so eine Influencerin auf TikTok und weil ich die Videos zu ihr gemacht habe, wurde sie gebannt auf TikTok und hat jetzt ihre komplette Online-Existenz beendet tatsächlich. Okay. Und die hat gesagt, wenn du irgendwann mal so woke bist wie ich und verstehst, was auf der Welt los ist, dann verstehst du das, weißt du. Und da habe ich das gegoogelt, was das bedeutet, weiß ich noch. Okay. Ich hatte eine Freundin 2020 und die hat zu mir gesagt, ich bin woke. Ja, und ich sage so, was heißt das? Ich hatte ein Buch auf meinem Nachtkästchen liegen über Frauenhass. Misogynie heißt das Buch und da geht es irgendwie so um die Entwicklung von Frauenhass in der Antike bis in die Gegenwart mit so ganz krasser Kritik an Religion und so, aber auch so eine systemische Kritik, Prostitution, alles mögliche. Wirklich ein Wahnsinnsbuch. Zahlt sich auch absolut auszulesen. Hat einen Journalist geschrieben, der eine Tochter bekommen hat und dann hat er so ein bisschen mal angefangen, was Recherche betrifft, was Misogynie betrifft und hat dieses wahnsinnige Buch geschrieben. Also es ist wirklich komplett irre. Und das hatte ich so am Nachtkästchen liegen und dann plaudern wir so und dann sagt sie so, du bist woke. Und ich, was heißt das? Und sie so, ja, du bist halt aufmerksam und sage, ach so, dann bin ich links. Ja, du bist woke. Das war so das erste Mal, dass ich mit dem Begriff irgendwie in Berührung kam. Für mich war das positiv assoziiert. Und dann ging es dann langsam so Mitte 2021 los, wo so ein Spin reinkam, dass das eigentlich böse ist, ne, woke. Der größte Unterschied war nämlich, dass früher, 2020 und so, die Leute gesagt haben, ich bin woke und das so, weißt du, damit geprahlt haben. Das so, damit, das war ein Statement. Und jetzt hast du, ich habe in letzter Zeit keinen mehr hören und sagen, ich bin woke, sondern es ist immer noch, der ist woke, der ist woke, die ist woke, weißt du. Das hat sich genau umgedreht, weil jetzt ist es gefühlt eine Beleidigung und keiner will mehr damit selber betitelt werden. Es ist ein Kampfbegriff, ne, es ist ein Kampfbegriff, der absolut negativ, also negativ assoziiert wird, ne, so, woke, du willst Harry Potter, du willst uns canceln, ne, du sagst 64 Geschlechter und klebst dich auf die Straße und zwingst mich, Gemüse zu essen, ne, so, das ist so das, das woke, ne. Ja, aber es ist halt. Und alle schwul machen und, und, und trans machen und kastrieren. Da muss ich kurz Eigenwerbung machen, es kommt, äh, als nächstes ein Video auf meinem Kanal, wo ich so, ne, über eine Streamer rede, die so sagt, ja, diese ganzen Feministen, die ganzen Wokies und so, ähm, die, also die hat zum Beispiel gesagt, äh, dass Bisexuelle, auf sie zugehen und sagen, warum bist du hetero, warum bist du nicht bi, äh, hast du's mal ausprobiert, dann kannst du ja nicht sagen, dass du bi, äh, also, ne, nochmal, Bies kommen zu ihr und sagen, warum bist du hetero, du kannst ja auch bi sein, du musst sie erstmal ausprobieren und so, obwohl das niemand macht und sagt so, vergleicht Homosexualität mit Zoophilie und so, also, es ist bodenlos, wirklich. Wie heißt die? Shakira. Okay. Also, so wie die, äh. Ja, die Shakira, Shakira. Richtig. Ja. Shakira, und wo ist die? Auf Twitch. Die ist mir so, ich hab den Namen schon mal gesehen, ne, und was die so, die sagt, äh, die sagt, Homosexualität ist wie, äh, Zoophilie? Äh, so, so hat sie's nicht gesagt, sie hat gesagt, ähm, warum muss ich, warum, warum wird es mir so ins Gesicht gedrückt, also so ungefähr ist nicht der Wortlaut, äh, überall sagen mir alle, ich soll, Homosexualität ist so gut und so, ich muss nicht ausprobieren, um zu wissen, dass ich's nicht will, ich ficke ja auch keine Tiere, weil ich weiß, dass ich's nicht will, so weißt du, so in die Richtung. Ich mein, ich bezweifle mal, dass zu ihr jemand hingeht und sagt, du musst das ausprobieren. Ja, eben, also, ich, also, ich persönlich wurde noch nie angesprochen mit, hey, du musst schwul, äh, du musst mal einmal was mit einem Mann gehabt haben, um zu wissen, dass du's nicht mit einem Mann haben willst, weißt du? Also, ist es dir mal passiert? Ich glaub auch nicht, oder? Nö. So weit hergeholt. Ich hab mal einen Arbeitskollegen, der war schwul. Und der hat gesagt, ich, wenn ich möchte, mach ich dich auch gay, hat er gesagt zu mir, ne? Aber, äh, ich hab's, ich hab's ihm nicht geglaubt, ja. Ja, aber jetzt weißt du's nie, verstehst du, du wirst nie in deinem ganzen Leben wissen, ob du jetzt schwul bist oder nicht, das ist dein großes Problem. Ich hab einen, ich hab einen guten Freund, ich hab ein paar gute Freundinnen, die, die schwul sind, und... Ah, deswegen kannst du jetzt nicht homophob sein, ne? Deshalb kann ich nicht homophob sein, ja. Na, ich sag's, du, manchmal würde ich mir fast wünschen, so ein bisschen, so ein bisschen in dieser Welt mitmischen zu können, weil das ist, du kannst, also wenn du möchtest, kannst du dann eine sehr freie, äh, und ergiebige Sexualität leben. Wenn du homosexuell bist, meinst du? Ja. Also, ein Gruppel von mir, der sagt, der kann jederzeit in einen Club gehen und kann da relativ easy dann ans Eingemachte gehen, so. Kannst, kannst du auch, wenn du hetero bist. Kannst auch, äh, als hetero, aber, aber nicht in der, nicht in dieser, in dieser offenen, in dieser offenen Art und Weise geht's, geht's nicht. Naja, wenn du ein Casanova-Coaching machst, dann schon. Dann schon, ich müsste, ich, müsste ich Putsi. Mach's doch mal. Ja. Mach's doch mal ernsthaft, warum nicht? Ich hab's wirklich überlegt, na, ich hab tatsächlich überlegt, das zu machen, aber das kostet halt ordentlich Kohle. Na, 1,5. Ja. 1,5, kannst du das Geld vom Bild da rein, du wirst dir nimmst, das von Alex, siehst er, oder? Ja. Wenn du das Bild kaufst, nimmst du das Geld von Alex und gibst ein Maxi, passt doch. Ja. Nein, ich hab ohne Chance, nein, ich hab überlegt, ich könnte mir den Bart abrasieren, ich mach mir eine andere Frisur, ich nehm die Brille ab und der würde mich nicht wiedererkennen. Nein, würde er auch nicht. Ja. Du musst noch deine Stimme verstellen. Kannst du Hochdeutsch reden? Krieg ich schon hin, ja. Okay, gut. Ja. Und nur, habe ich die Kohle nicht, aber du, dem wird's eh noch länger geben und wer weiß. Ich hab schon ein paar, ich hab schon Ideen für so Trollaktionen, ich mach das ja ganz gerne, weißt, ich tue ja gerne so ein bisschen herumtrollen und ich hab schon Ideen, so in petto, aber da fehlt's halt noch am finanziellen. Ja, das kommt. Du, ich glaub auch, ja, so. Na, ich glaub auch, so, ich hab, ich hab so ein paar, ich hab so ein paar Pläne in der Lade und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, ja. Ja, sonst musst du dich einfach in groß so ein Leuten hochziehen, passt doch. Ja. Du darfst dich halt nicht mit den ganzen Leuten immer anlegen. Ja, diese mach ich ja jetzt Stream mit dir auch, in der Hoffnung noch ein paar Zentimeter zu wachsen. Ah, verstehe. Also du hoffst so, weißt du, dass so ein Investment, so ein frühes Investment wie damals Bitcoins, als sie noch so in den Euros waren und dann, wenn ich dann reich und berühmt werde, dann zieh ich dich dann mit. Ja, aber du bist zwei Meter neun, ich 1,78, vielleicht, vielleicht schwappt noch ein bisschen was über zu mir und ich schaff's noch auf die 1,80 oder 1,81. Also wenn ich einen Talk mit Maxi mache, dann hundertprozentig über Dating. Ja. Weil ich bin auch jemand, der Dating sehr oft thematisiert und das ist eins meiner Lieblingsthemen und von ihm auch. Das wird eine Hammer-Diskussion. Ja. Wie datest du? Äh, online. Bumble, Tinder, ich bin Experte. Ja. Also ich hab das, ich hab angefangen als Loser. Ja. Ich bin mit 18 aus der Schule raus. Wirklich hatte, ich wusste gar nicht, wie Frauen aussehen. Ja. Ich wusste gar nicht, was Frauen sind. Ich wusste das nicht. Und dann hab ich mir einfach das runtergeladen und war auch komplett erschöpft. Weil ich mein Profil war, unfassbar hässlich, also wirklich schrecklich. Und dann hab ich, weißt du, das rate ich auch jedem hier in meinem Chat und in deinem Chat. Macht, wenn ihr Single seid und so ein bisschen hoffnungslos, ladet euch die Apps runter. Und auch wenn es am Anfang nicht läuft, ihr werdet immer besser und besser. Und dann läuft es auch in Real Life besser. Ja. Ihr kommt so krass aus eurer Komfortzone raus. Das ist der beste Tipp. Besser als jedes Coaching aller Zeiten. Und ähm. Also hast du ein gutes Datingleben? Ja. Also ja. Ich bin nicht so jemand, der so, weißt du. Herumhurt? Ja, nee. Also bin ich nicht. Aber, ja, also ich, also ich, ich müsste jetzt nicht, also ohne jetzt, soll kein Weird Flag sein oder so, aber, also ich, ich hätte jetzt keine Probleme, weißt du. Ja. Also das. Keine Jungfrau mehr, so wie du gesagt hast. Doch. Zerstör mein Bild nicht. Nee, also auf, auf Bumble zum Beispiel und Tinder hatte ich, weißt du, ich hab's einfach gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Das war wie eine Sucht. Ich war wirklich, also jetzt mal Real Talk, ich war wirklich süchtig nach diesen Apps, weil dieses Links- und Rechts-Swipen, dieses, dieses Gefühl, verstehst du das, wenn so ein richtig, wenn so eine richtig hübsche Frau dich geliked hat und du ein Match mit hast, du kannst es dir nicht vorstellen, was das in deinem, was das mit dir macht. Ich hab die Apps auch, ich weiß, bitte. Ach so, okay. Ja. Ja, okay, verstehe. Wie gehst du denn damit um, wenn du dann geghostet wirst? Du freust dich voll, ja, so, und denkst dir, wow, ja, da könnte ich mich verlieben und dann kommt nie was. Wenn ich jetzt ehrlich bin, das ist halt, das ist ein weird Flex und dann werden mich alle unsupport schalten. Und wurdest du noch nie geghostet? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Wirklich, also ich würde es jetzt sagen, wenn es so wäre, aber eigentlich, ohne jetzt wirklich, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich bin halt eher die Person, die ghostet. Okay. Ja. Aber wie viele Matches hast du? Du, schau, nachdem ich schon ein bisschen älter bin und Tinder ja eher von jungen Leuten genutzt wird, ist jetzt nicht so krass bei mir, aber ich bin auch ganz happy, ja, so. Ich bin ganz happy, so wie es läuft, ich kann mich nicht beschweren, nur ich hätte gern so, was ein bisschen was Ernsteres ist, ne. Okay, also, wie soll ich das sagen? Also, ich mag das nicht so, ich habe kein Problem an einer monogamen Beziehung, aber muss man sich halt auch ein bisschen verlieben und so und da scheitert es halt aktuell ein bisschen. Wie lange ist deine letzte Beziehung her? Ungefähr? Zwei Jahre. Okay. Und das war aber so, ich wurde verlassen und ich war fertig, ne, so. Also, ich war so, ich war einfach so mal kaputt für ein Jahr, ne, so. Und es passiert mir jetzt sogar noch manchmal, dass ich träume von ihr und dann ein bisschen wehmütig bin. Aber es ist jetzt so auch, wo ich so denke, eigentlich, weißt, es gibt so Momente, wo ich wo ich mich so frage, wie es ihr wohl gerade geht und ob es ihr gut geht und das macht mich dann so ein bisschen happy und macht mich auch so ein bisschen traurig, ist so eine süße Melancholie, ja, so. Also, ich bin irgendwie drüber hinweg, will ich damit sagen. Okay, ja, dann wird es ja Zeit für eine neue. Ey, ganz ehrlich, ich habe gerade im Chat gelesen, die Liebe kommt auch nach der Hochzeit. Diese Shakira hat gesagt, dass man sich erst verlieben kann, nachdem man geheiratet hat, das vorher nicht geht. Also, das, und dann im Chat auch alle so, ja, ich lasse meine Eltern mich verheiraten und so, weißt du. Also, das ist wirklich. Ja, aber, aber das, das gibt es schon, ne, also, es gibt so arrangierte Ehen, die dann tatsächlich, die dann tatsächlich glücklich wurden miteinander. Ja, ist jetzt, ist nicht die Norm oder die Regel, aber das gibt es schon und ich habe so einen, ich habe, ich weiß, aber ich glaube, das war bei irgendeinem konservativen Trottel aus Amerika, habe ich mal so eine Paartherapeutin gesehen und die hat halt irgendwie so erzählt, dass aus ihrer Sicht eine Ehe oder eine langfristige Beziehung besser funktioniert, wenn man auf einer Vernunft-Ebene zusammenfindet, als wie wenn man so krass ineinander verliebt ist und dann glaubt, man ist irgendwie auf Lebenszeit verbunden, weil sie sagt so, das ist halt so eine hormonelle Sache, das geht irgendwann weg und eigentlich sollte es halt auch so eher rational und vernünftig an eine Beziehung rangehen, aber ich bin eher Romantiker, mich holt das nicht ab. Was heißt Romantiker, gibst du dann so Rosenblätter an die Eingangstür bis zum Weg zu deinem Bett, oder wie? Ja, so, ja, nee, aber ich mag schon so Gedichte schreiben und Blumen verschenken und so, das mag ich schon. Okay, krass. Ja. Ja, nicht schlecht, ich nicht. Also ich bin da genau das Gegenteil. Ja. Ich habe auch gar kein Gefühl dafür, muss ich sagen. Also so, ich wüsste jetzt nicht, wann es Zeit ist, Blumen zu schenken oder so. Ja, und so zum Essen einladen und Kerzen aufstellen und so. Nee. Nee. Ich mache das halt dann, wenn das dann quasi gefordert wird, weißt du? Ja. Wenn sich beschwert wird darüber, dann fällt es mir wieder ein, aber so. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich Dating-Coach werden, so in Richtung Romantik, aber du brauchst es nicht, es läuft ja eh gut bei dir. Was brauchst du Romantik, wenn du so oder so den Erfolg hast? Ja, also die Frage ist halt, man muss halt, das eine ist halt, dass man es schafft, Frauen dazu zu, also Frauen von sich zu überzeugen, auf ein Date zu gehen, kennenzulernen und so. Oder dass man Frauen gefällt. Das andere ist halt dann, eine ernsthafte und erfolgreiche Beziehung zu führen, weißt du? Ja. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt kein Tinder-Bumble mehr, weil ich brauchte immer so ein bisschen Abstand, weil ich es wirklich exzessiv benutzt habe. Also sowas habe ich wirklich, das war verrückt. Ähm, und da hatte ich Date, äh Date, sag ich schon, Matches mit, ähm, mit hier richtig erfolgreichen Influencerinnen und so und, also for real Models, also nicht nur die könnten Models sein, sondern halt Models. Und wirklich, also sowas habe ich, ich hätte niemals damit gerechnet, weißt du? Ähm, und ja, keine Ahnung, jetzt brauch ich erstmal Abstand davon. Aber, so, zum Beispiel, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen, das ist jetzt so privat aus der Seele gesprochen, ja. Welche Stadt, wo bist du da unterwegs? Ich sage meine Stadt nicht, aber NRW. Okay. Aber jetzt nicht so Zentrum Berlin oder so? Nee, aber eine Großstadt in NRW, so, dann kann man sich so in die Richtung denken. Ich kenne mich zu wenig aus, Geografie in Deutschland, aber da gibt es Models in NRW? Köln ist in NRW. Ah, okay. NRW ist das größte Bundesland in Deutschland. Also in NRW geht das meiste ab nach Berlin wahrscheinlich. Ja, Köln ist ja die Fernsehstadt. Ja. Ja, war ich mal in Köln, Vorsprechen. Für? Für irgendeinen Film, ne. Wurde zu glauben? Nö. Da wäre ich wahrscheinlich nicht ins Verschwörungstheoretische abgedriffen. Ah, der scheiß Regisseur ist schuld. Na, das war eine scheiß Phase, ne. Ich habe viel Castings gemacht, mich beworben auch an verschiedenen Theatern und nirgends hat es geklappt und ich habe Frust geschoben und dann, bam, bin ich da in diese Parallelwelt abgedriftet, ne. Ja, verstehe. Ja. Aber gut, du wolltest was ganz Persönliches noch sagen. Aber das ist wirklich, das ist krass Persönlich. Ja. Ich hatte einmal, also ich habe es so übertrieben, weil ich einfach mein Ego geboostet habe, verstehst du? Ich habe es gebraucht für mein Ego. Ja. Das war auch die Zeit nach meiner letzten Beziehung, dass ich diese Aufmerksamkeit und diese Bestätigung von diesen Frauen bekomme, dass sie mich matchen und mit mir schreiben und sonst was. Und dann bin ich halt eine Stufe weitergegangen und so habe ich so lange mit denen geschrieben, bis sie mich nach einem Date gefragt haben. Ich habe keine einzige Frau nach einem Date gefragt, nicht eine einzige. Ich wurde immer wieder gefragt und ich habe immer zugesagt und dann halt wieder abgesagt. Mhm. Verstehst du? Einfach nur, ich habe es nicht mal als Plan, ich habe es nicht mal bewusst, ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich verarsche sie jetzt, sondern ich habe es einfach gebraucht, verstehst du? Ich habe es einfach unterbewusst die ganze Zeit weitergemacht und dann ist es irgendwann so dumm geworden, dass ich an einem Wochenende vier Dates hatte, an einem Abend mit zwei unterschiedlichen. Ja. Habe alle wieder abgesagt und zwar so krass, dass die aus ganz Deutschland zu mir gefahren werden, gefahren werden und gesagt, also die haben vorher abgesprochen, ja, wir haben dann einen One-Night-Stand und ich komme zu dir gefahren und fahre dann am nächsten Morgen wieder so krass, weißt du, nur, weißt du, für mein Ego und das war so, es war so dumm und scheiße von mir im Nachhinein, aber in dem Moment habe ich es einfach nicht richtig gecheckt, weißt du? Ja, verstehe ich, das ist so, das ist eine Ego-Sache einfach, ja, verstehe ich. Aber ich bereue das auf jeden Fall im Nachhinein und ich würde es jetzt nicht nochmal machen, ähm, ja. Ja, du, aber. Sturm und Drangzeit, na, so und immerhin bist du draufgekommen, dass es scheiße ist und wirst nicht zum Pütz, dann hast du eine Homepage, wo du auflistest, wie viele Frauen du hattest und was man dir, was du, schreibst deine Bücher. Ja, ich glaube, dahin dauert es noch ein bisschen. Aber es gibt Studentenrabatt, also vielleicht, hm, vielleicht, äh, hole ich mir doch noch ein Coaching von ihm mit Studentenrabatt, das ist ja erschwinglich. Ist der nicht ursprünglich auch so aus Köln, der Pütz? Boah, da bin ich überfragt, keine Ahnung, ich weiß nur, dass der auf Malle sitzt. Ja, ja, genau. Und seine Firma in den USA hat. Das ist ja auch eine schräge Konstruktion. Ich weiß ja gar nicht, ob das nicht problematisch ist, was der da, was der da macht. Meinst du rechtlich? Ja. Gute Frage. Ja, weil der lässt sich ja, der lässt sich ja das Zeug schicken dann nach, äh, also die Kohle geht ja nach Amerika, er lebt aber in, in Malle, äh, und Spanien dürfte da recht streng sein, was eigentlich so Steuersachen betrifft. Also, also, die Frage ist, ob er seinen Wohnsitz in Deutschland oder Mallorca hat. Ja. Wenn er, wenn er, es kann ja sein, dass er fünf Monate und 29 Tage auf Mallorca ist und sechs Monate und einen Tag in Deutschland, dann wird er nach deutschem Recht versichert, äh, versichert, versteuert und wenn er, äh, mehr als sechs Monate in Spanien lebt, dann halt nach spanischem Recht, aber, also nach meiner Meinung wird er sein Unternehmen in der USA versteuern und dann sein Einkommen in Spanien oder Deutschland, je nachdem. Ja. Also, müsste er zumindest, keine Ahnung, wie er es macht. Irgendwie wieder schon machen, ja. Ja, sag, du hast gestern kurz gemeint, du hast noch eine Story zu irgendeinem Kompagnon von dem Pütz, meintest du da eh schon diese Influencerin? Ja, meinte ich, ich meinte so diese ganze Bubble. Also, wenn du deinen Horizont erweitern willst, schau dir Taruman an, Störte Priest und auch diese ganzen anderen Leute da, das ist, also vor allem, Störte Priest wird für dich ultra interessant sein, wegen dieser Verschwörungstheorien, weil du da wirklich als Experte viel zu sagen kannst, wahrscheinlich. Ja. Kennst du Alois Ilmeier? Ja. Der ist besessen von dem. Okay, krass. Aber da ist der eh schon, da ist der eh schon tief im Kaninchenbau. Ja, der, also, der hat einen neuen Kaninchenbau im Kaninchenbau gegraben, so. Ja, weil Ilmeier ist ja so dieser Bayer, der da irgendwelche, so Zukunft, also der so quasi Nostradamus in Lederhose. Mhm. Ja. So ungefähr. Ja. Also, das... Ich mir auch, so, ich bin zum Glück nie so reingekippt in diesen Scheiß, ne, so. Also, ich habe zwar alles angestreift irgendwie, aber ich bin nie so ganz weird, ne, ich war so 9-11-Truser, ne, das war so mein Ding, was ich geritten habe. Und ich war halt so ganz schräg auf Pro-Russland und Pro-Putin und so ganz eine miese Ablehnung gegenüber Medien und Journalistinnen und Journalisten, das war so mein Film. Okay. Wie dieser Typ mit dem Deutschlandhut warst du quasi. Wer? Wie dieser Typ mit dem Deutschlandhut auf dieser eine Pegida-Demo. Kennst du den nicht? Finden Sie mir nicht ins Gesicht? Ja, genau. Ja. Ich glaube aber, dass der schon hart unterwegs ist, ja. Den haben wir einfach in der Uni besprochen, den Typ. Ach so? Ja. Also, unser... In welchem, was studierst du? Ähm, Wirtschaftsrecht. Und im Wirtschaftsrecht habt ihr den besprochen? Ja, im Medienrecht. Ach so, weil er sagt, filmen Sie mir nicht ins Gesicht. Ja, da ging es halt um Persönlichkeitsrechte versus Presserecht, weißt du, auf öffentlichen Demonstrationen. Ja, genau, der. Und war er im Recht? Ähm, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe die Unterlagen noch irgendwo, muss ich mal gucken. Weil eigentlich ist ja er hingegangen und hat... Er ist ja auf die Kamera zugegangen, ne? So. Ja, also generell hast du ja als Presse das Recht, auf öffentlichen Demos zu filmen, was du willst. Ja. Ähm, ich weiß nur nicht, äh, wie es ist, er hat halt, glaube ich, er ist, glaube ich, im öffentlichen Dienst und das war der, der Zwick in der ganzen Sache. Also, er hat, glaube ich, er ist, glaube ich, Beamter gewesen oder ist noch Beamter und deswegen war das irgendwie ein Problem. Okay. Ja. Aber er war ja, er war ja privat dort. Ja, ja, schwierig. Ich lese es nach. Ja, in Hessen schreibt mir ein paar, er war, er war, schreibt mir ein paar, er war nicht im Recht. Okay. Und er war auf einer Demo. Ja. Ja. Und dann schreibt, das Demo schreibt, nun, Baba, wie war es denn auf dem Maidan und wer waren die Sniper? Das war so mein Einstieg, ne, 2014, was in der Ukraine passiert ist, Maidan und so, das war so mein Einstieg, ja. Und ich sage jetzt, es ist mir wurscht, ne, so. Es jährt sich aber jetzt bald, zehn Jahre und ich werde da eh ein bisschen was dazu machen. Das heißt, wenn du neugierig bist, das Demo 70, dann schalte zu in ein paar Wochen. Habe ich auch ein paar spannende Gäste und so. Ich glaube, das wird ne, wird, wird ne gute Sache. Lad doch, stellst du Priesterrecht mal ein. Ja. Ja. Aber mach das mal, also wirklich, vertrau mir, du wirst es nicht bereuen, wenn du dich mit ihm beschäftigst. Das ist ne Content-Maschine, verstehst du das? Wenn du was gegen ihn sagst, er wird zu 100% gegen dich schießen, das ist eine Content-Maschine. Ich hab mir den mal angeschaut, so, ne, ich wurde eh schon aufmerksam auf ihn und der, dann, der hat aber so, ich hab irgend so ein Video gesehen, wo er im Auto sitzt. Ja. Ich glaub, der macht viel, wo er im Auto sitzt. Ja. Und der kam mir aber irgendwie so maximal unsympathisch rüber. Ja, hast du ja auch. Ja. Ich mag's ja so, weil bei dem Pütz, der ist zwar, der ist zwar ein richtig unsympathischer Typ, aber der hat zumindest so ein komisch debiles Gesicht. Das hat irgendwie so ne Anziehung, das weckt sowas, das, irgendwie sowas, so ne, so ne, Sympathie kann ich da aufbringen, so. Na, aber bei dem stört der Priester, der wirkt einfach nur maximal, maximal unsympathisch. Aber findest du, Maximilian Pütz wirkt unsympathisch? So, von seiner Optik her? Ja, und von seiner, von wie er redet? Ne, der hat was, der hat irgendwas Verbindliches. Ja, find ich auch. Das ist, das ist ein großer Punkt auch. Wenn man die Aussagen wegdenken würde und einfach mit normalen Aussagen, der wäre, wäre ultra beliebt. Ja, ja, na, deshalb hat er ja auch den Erfolg, ne, weil er hat ja so, er hat so ein Allerweltsgesicht, so, du, du kannst da irgendwie, du, du, du hörst ihm zu, ne, du schaust ihn irgendwie gern an, er ist jetzt nicht hässlich oder so. Und deshalb, deshalb hat er, glaube ich, auch den, oder hatte er auch den, den Erfolg, ne, aber für alles, was er sagt und so, äh, ist, das, das ist halt maximal unsympathisch und, und, und letzten Endes färbt das dann auch ab, ne, so, wenn ich ihn sehe, denke ich mir immer, okay, äh, du bist halt einfach auch nur ein, ja. Ja, also, ich muss sagen, ich habe ja auch ein bisschen mit ihm privat geredet und der hat ja tatsächlich, muss ich, wert, also wirklich, auch bei all der Scheiße, die er gelabert hat, muss ich gestehen, dass er da wirklich nett war. Ja. Er war nett einfach, weil, weißt du, er, ich, ich kann da nichts, ich kann da nichts sagen, also, das hat mich auch, äh, tatsächlich erschrocken, weil ich konnte mich mit ihm unterhalten wie mit dir, weißt du? Ja. Aber ich glaube, er ist einfach von seinen Grundeinstellungen so unfassbar schwer abgerutscht und ist ja so in eine falsche Richtung geraten und ist, der kommt auch nie wieder raus, da bin ich mir ganz sicher, äh, dass, dass er da alles, äh, zerstört hat, sein ganzes Potenzial, was er eigentlich gehabt hätte. Ja. Ja, ja, schau, ich glaube, bei dem einerseits ist es eine Trotzigkeit, so, das so durchzuziehen, wie er das macht, auch mit dem N-Wort, ne, so. Da kommst du rational, kommst du ja gar nicht mehr ran bei ihm. Kennst du das, kennst du dieses Gespräch mit der Nina Kirsch, was er hatte? Ähm, 30 Sekunden angeguckt, dann war es mir zu langweilig. Ja, und da, schau dir das nochmal, die letzten 15 Minuten, die verstehen sich ja Bombe, die zwei, ne, so, Nina Kirsch geht ja auch in so eine Richtung ein bisschen wie er und, und die verstehen sich Bombe in dem Gespräch und gegen Ende kommen sie dann auf das N-Wort und die Nina Kirsch hat ein Kind mit einem Schwarzen, ne, ihr Kind ist auch, ist auch schwarz und hütz beharrt auf das N-Wort und, und du merkst richtig, wie es anfängt zu kippen, so, ne, Nina, Nina Kirsch kann da nicht mit und er aber so richtig auf, so richtig wie so und trotziges, wie so und trotziges Kind, möchte er das weiter und er, du siehst richtig, wie er sich, ich glaube sogar, dass es versteht, ne, ich glaube sogar, dass es versteht, aber er verweigert sich so, äh, letzten Endes aus einer reinen Gefühlswelt heraus, verweigert er sich der Erkenntnis. Ja, man, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, ich meine, der Typ hat 65.000 Abonnenten damit erarbeitet, wenn er das jetzt so sagen würde und seine Meinung kippen würde, dann wäre seine ganze Arbeit in den letzten Jahren umsonst, weil alle Leute würden ihm entfolgen. Ja. Also von daher, er ist jetzt so tief drin, dass es eigentlich keinen Zurück mehr gibt. Ja, das ist so die Frage, die ich mir stelle, ne, weil, ob, ob da so viele aus seiner Community überhaupt, äh, jetzt, darauf beharren würden oder ob die meisten das vielleicht sogar akzeptieren, ne, weil, das ist ja sogar in, in Renten und Konservatlichkeit, ist ja das, was Kons mittlerweile, dass man einfach N-Wort sagt. Findest du? Ja. Krass, okay, also ich kenne keinen Menschen außer Maxime Pütz, der das Wort benutzt. Na, dass man es nicht mehr sagt, meine ich. Achso, okay, du hast gerade ein bisschen gelaggt, dann habe ich es verstanden. Ich würde ja sogar sagen, dass der Pütz da ja so eine Randfigur ist, ne, weil er so drauf beharrt. Ja, auf jeden Fall. Also er sagt ja auch immer, vor ein paar Jahren ist man auch in den Supermarkt gegangen und hat sich N-Küsse geholt. Genau, ja. Also ich, also ich bin nie in irgendeinen Laden gegangen und habe mir N-Küsse geholt, aber... Ja. Und als halber Grieche und Rapper, der er war, ne, so, kann er das doch, ja. Ja. So weird. Hast du das Video gesehen, in dem er gesagt hat, dass er ja Rassismus mit Rassismus-Erfahrung hat, weil seine Mutter Griechen ist? Weil seine Mama halber Griechen ist, ich habe es gesehen, ja. Ne, seine Mutter ist Griechen. Oder er ist halber Griechen, genau, die Mutter ist Griechen und deshalb hat er Rassismus-Erfahrung, zumindest hat er es über seine Mutter mitbekommen, ne, die Rassismus-Erfahrung oder so, ja. Und da haben wir im Chat gestritten oder gestritten diskutiert eher. Würdest du sagen, man erlebt in Deutschland Rassismus-Erfahrung, wenn man aus beliebten europäischen Ländern wie Niederlande, Finnland, Norwegen, Griechenland, Italien, Schweiz, Österreich, Belgien, Spanien, Portugal kommt, England, Irland? Das ist halt die Frage, wie du das definierst, ne, wie, wie, schau, also ich sage mal, wennst du es auf eine, auf institutionellen Rassismus, erfährst du so nicht, ja. Erfährst du aber, erfährst du auch als schwarze Person kaum in Deutschland? Ja, also zum Beispiel, ich würde sagen, institutioneller Rassismus sind zum Beispiel Polizeikontrollen. Und da ist es schon so, dass Schwarze da ganz andere Erfahrungen machen als wir so als Weiße. Oder Menschen, die einen arabischen Background haben. Also, da weiß ich auch von Freunden und so, wie ihnen die Polizei begegnet. Das ist ein anderes Leben. Okay, an Polizei hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich war jetzt so voll auf diesem, dass man halt von staatlicher Seite, ja, Polizei gehört auch zum Staat, halt benachteiligt wird. Oder, oder zum Beispiel, was ich auch als institutionellen Rassismus sehen würde, ist zum Beispiel, wenn du Probleme hast, eine Wohnung zu finden, wegen einem Namen, ne, oder, und das ist Fakt, das passiert so, ne, oder. Aber das ist ja gesellschaftlich und nicht institutionell. Ja, aber, ich meine, klar, aber ich vermische das irgendwie, ne, es ist nicht unbedingt staatlich, ne, aber es ist eine, es ist institutionalisiert, ne, so. Wohnungen, Jobsuche ist auch, strukturell ist es, genau, graue Evidenz, danke, nicht institutionell, strukturell, ja. Also, das gibt es schon, würde ich, würde ich sagen. Und das erfährst du halt jetzt, also, kann sein, ja, dass irgendwer mal sagt, hey, du scheiße Österreicher, du mit deinem geschissenen Dialekt, man glaubt, du bist in der Sonderschule aufgewachsen. Könnte man sagen, das ist irgendwie ein rassistischer Ausspruch, ne, aber, aber das kommt bei Weitem nicht dahin, was, was ein schwarzer oder ein arabischstämmiger Mensch erleben muss. Ja, sehe ich auch so. Also es ist natürlich immer schwer, also für mich, ich bin das Paradebeispiel für jemand, der keinen Rassismus erfahren kann vom Ding her. Aber im Endeffekt erlebt jeder Rassismus. Wenn ich jetzt Nazi genannt werde, dann ist das auch Rassismus. Oder Diskriminierung. Ja, ist Diskriminierung. Wenn jemand zu dir sagt, also ich würde so sagen, wenn jemand sagt, du mit deinen blonden Haaren und deinen Augen, du bist ja so ein scheiß arischer Nazi, dann würde ich sagen, kannst du sagen, okay, das hat eine rassistische Komponente. Ja, ich würde, also ich bin da so, ich sage, das ist genauso rassistisch wie andersrum. Weil warum sollte man da nur sagen, es ist eine rassistische Komponente und in der anderen Richtung sagt man, das ist Rassismus, weißt du? Weil das nimmt ja die Kraft daraus, wenn du es in die eine Richtung nicht aussprichst und in die andere schauen. Ja. Ja, ja. Weil zum Beispiel, ich habe mal ein Video gemacht gegen Abul Barra, das ist ein muslimischer Hassprediger, sage ich jetzt mal, der nachgewiesen Kontakte hatte mit Menschen, die im IS waren. und der hat, dann die ganzen Fans haben dann halt geschrieben, ja, du Nazi und so weiter, warum beleidigst du unsere Religion, obwohl ich das nicht gemacht habe, weißt du? Und das ist ja dann, das ist ja, also was ist das, wenn das kein Rassismus ist, weißt du? Oder zumindest Diskriminierung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man definiert Rassismus so, dass es halt nur gegen Schwarze gehen kann, dann ist es halt Diskriminierung, Diskriminierung, aber im Endeffekt ist es mehr oder weniger das Gleiche. Da ist halt die Frage, warum, also die haben sich ja von dir rassistisch behandelt gefühlt, ihr Gefühlswelt, ich sage nur das, die haben sich so, ja, haha, da kommt wieder so eine Kartoffel, der kommt ja mit seinen blonden Haaren und erklärt uns bla bla und der ist auch so ein Islamhasser, ne, so. Also ich würde sagen, ob, würde ich nicht sagen, dass das rassistisch war, dir gegenüber, aber es war, es ist halt maximal bescheuert und dumm, ne. Ja, das Ding ist halt, wenn ich, also ich widerspreche dir deswegen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir einfach mal, weil ich wäre, ähm, Brasilianer, ja, dann hätten sie das nicht gesagt. Klar. Verstehst du? Und damit ist es ja direkt auf meine Herkunft bezogen, auf meine Herkunft, auf meine Identität, auf meine Ethnie und damit ist es ja genau das. Ja, das stimmt schon, ne, aber du musst halt auch, du musst schon bedenken, bei denen, so, dass, ich gebe, ich gebe nicht recht, ne, so, was, was, der Vorwurf, der gegen dich kam, ne, aber die projizieren ja die Erfahrung, die sie gemacht haben, projizieren sie dann auch auf dich und der ist ja auch schon wieder so einer, ne, so, also, ja. Okay, Gegenfrage, Gegenfrage, wenn ich jetzt dann zu denen gesagt hätte, du, ähm, Islamist, ja, ist dann Rassismus, weil dann ist ja auch wieder nur ein Gegending, aber an sich ist ja auch, Ja, es kommt halt darauf an, ob du es, wie du es meinst, ne, also, wenn der ein Islamist ist, dann hast du recht, das zu sagen, ja, wenn du das einfach als einen Kampfbegriff nimmst, ne, dann würde ich schon sagen, bloß weil er jetzt ein Muslim ist, ihn als Islamisten vorzuführen, würde ich sagen, das ist eine Abwertung, weil er Muslim ist, dann hat es eine rassistische, hat es eine rassistische, hat es einen rassistischen Kontext, ne. Genauso wie das Nazi an mich, oder mehr oder weniger? Ja, muss ich, muss ich drüber nachdenken. Übrigens, vielen Grüße an, äh, Anwalt Boos an der Stelle, der ist kein Wimpschett. Anwalt wer? Anwalt Boos, das ist ein Anwalt, das ist ein guter Anwalt auf YouTube, der macht gute Videos. Ja, die, schau, das ist ja so eine Frage, die, die ja auch viele beschäftigt, gibt's Rassismus gegen Weiße, ne, so, das ist ja so, hochgekochtes Thema, ja. das, und das ist ja auch so, so eines dieser Themen, was man mit, mit Wokeness in Verbindung bringt, ne, so, und das, das ist eine Spannung, weil es gibt ja Menschen, die sagen, das gibt's nicht, ne, so, das kann man nicht sagen, Rassismus gegen Weiße gibt's nicht, Die Woken sagen das. Die sagen, wenn jemand zu mir Kartoffel sagt, dann ist das schon Rassismus gegen Weiße, ne, so, und ich sag so, natürlich gibt's Rassismus gegen Weiße, ja, so, ja, wie gegen jeden anderen auch. Du brauchst nur zurückschauen, Geschichte, ne, ich meine, was ist ein Antisemitismus, so, was ist denn das, was die Nazis gemacht haben, ich hab letztens mit dem, mit dem Pell gesprochen, ne, der die Bilder gemalt hat, der hat, die haben so Ahnenforschung gemacht, die hatten so in der Familie, die hatten einen jüdischen Zweig und die hatten so einen Zweig, aber der ganz nazihörig war, ja, und von denen aus der Familie sind 200 Menschen in Konzentrationslagern umgebracht worden, aus dem gesamten Stammbaum und die waren aber genauso weiß wie alle anderen, so, das war ein Problem. Aber das ist ja kein Rassismus. Antisemitismus? Das ist kein Rassismus. Ich würde sagen, Antisemitismus ist eine Form von Rassismus. Naja, Antisemitismus ist Antisemitismus und, weil das ja nichts mit einer Ethnie zu tun hat, sondern mit einer Religion, weil, es wurden ja Juden aller verschiedenen Ethnien verfolgt, also, wer ist ein schwarzer Jude, wäre der auch verfolgt worden, also wie ein weißer Jude. Ist Rassismus zwingend mit einer Ethnie verbunden? Ist es nicht? Ja, ist ja Rassismus von Rasse. Ja, die bewusste, ist es nicht damit, ist Rassismus die Definition nicht, dass du eine Gruppe schaffst, ja, denen irgendwelche Merkmale zusprichst und die dann abwertest. Wenn, dann ist es eine neu geschaffene Auslegung, aber nicht die ursprüngliche, würde ich sagen. Also, ich, also für mich ist Rassismus, viele sagen ja, Rassismus ist nur, die, nur gegen Schwarze, weil es quasi durch die, ähm, durch, hier, die Junge, jetzt bin ich dumm, wie heißt denn der, der mit der Rassentheorie, komm, wie heißt der, der das eigentlich nur aus Wissenschaftszwecken gemacht hat und dann, äh, es von den Nazis auf Menschen angewendet wurde? Weiß ich nicht, Chat, Chat? Gubin, Gubin, nö, schreibt hier jemand? Nö, lese ich zum ersten Mal. Bin ich dumm? Darwin, genau, Darwin. Darwin, ja, ich soll das, ja, danke. Also, weißt du, durch solche Sachen wurde ja quasi die Rassentheorie begründet und deswegen gibt es dann quasi, es gab auch schon vorher Rassismus, aber das ist quasi für viele sozusagen der, der Ursprung, oder der, was heißt Ursprung, aber so dieses, dieser, ja, dieses Grundlegende, dass halt es um, um Ethnien geht und, ähm, und deswegen sagen auch viele, dass es halt keinen Rassismus gegen Weiße geben kann, sondern nur gegen Schwarze, weil quasi die Weißen den Schwarzen das angetan haben und es nicht andersrum geht. Ja. Aber ich würde sagen, dass Rassismus immer nur gegen Ethnien geht, aber gegen jede Ethnie, also ich kann auch rassistisch gegenüber, äh, Menschen halt aus Südamerika zum Beispiel sein. Ja. Jetzt schreibt Graue Evidenz, weder sind Juden dem Weitenessbegriff nach Weiß, auch wenn die Haut Weiß ist, noch gibt es Rassismus gegen Weiße, weil es um die Diskriminierungssituation und die Machtverhältnisse geht, stoppt einfach besser. Es kann nur schlechter werden. Aber dann habe ich eine Frage, Graue Evidenz, ja. Ähm, waren Engländer gegenüber den Iren rassistisch? So. Nein, weil es ein Glaubenskrieg war. Aber die wurden doch auch als eine Rasse zusammengefasst, die Iren. Das waren ja auch so Untermenschen für sie. Und ist dann... Weil es Katholiken waren. Ist dann nicht auch, äh, was ist eigentlich... Oder, oder die, die Nazis gegenüber, gegenüber dem, äh, gegenüber Russen, ne, oder was, was sie so als Slawen zusammengefasst haben, ne, ist ja, ist ja letzten Endes auch... Das ist Rassismus. Ja. Für, für meine Definition. Ja. Und da geht, das ist ja auch dann, wenn, wenn du das Platz sagst, Weiß gegen Weiß, ja. Also so, ich, die Frage ist, ich kann das verstehen zu sagen, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße bei uns, aber dann würde ich dranhängen, strukturell und institutionell, ne, so, das würde ich sagen. Wer hat das gerade in deinem Chat geschrieben? Ähm, Graue... Graue Evidenz oder so. Dazu, wenn man, wenn man jetzt einfach mal an den Frankfurter Berg fährt, ich weiß nicht, ob das dir was sagt oder deinen Zuschauern, oder Frankfurter Berg ist die verrufenste Gegend in Frankfurt und, ähm, da ist der Ausländeranteil bei, ich weiß nicht genau wie viel, aber deutlich, deutlich höher als der von der Deutschen, also mindestens 80, 90 Prozent und wenn du da als Deutscher quasi in der Hood groß wirst, dann, und in der Schule der einzige Deutsche bist und das ist jetzt kein, kein AfD-Geschwafel, das ist in solchen Ausnahmebezirken wirklich die Regel, dann kann es auch Rassismus gegen Weiße geben in, in Schulen, in, im Arbeitsumfeld, in der, in der Nachbarschaft und so, das kann es geben, im, im Großteil von Deutschland auf jeden Fall nicht, aber es gibt diese Ausnahmen und da ist es auf jeden Fall die Realität. Ja, ja, da würde ich nicht mal was dagegen sagen, das glaube ich auch, aber die Debatte ist eben institutionell, ja, oder, oder nicht, na, da, und da gehe ich auf jeden Fall d'accord, wenn man sagt, es gibt einen institutionellen Rassismus immer noch. natürlich ist das besser geworden, ja, natürlich, natürlich, aber es ist, es ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, ähm, und, warte, was soll ich gerade noch mal sagen, ach so, es gibt auch, ähm, institutionellen Rassismus gegen Weiße, gibt's auch, auch deutlich, deutlich weniger als gegen, äh, Schwarze oder so, aber, ähm, zum Beispiel, wenn du einen, wir nehmen einfach mal einen schwarzen Vermieter und der vermietet nur an Schwarze, was ist das dann für dich? Ja, aber gibt's das? Gibt's bestimmt, 100 Prozent. natürlich ist es, also, keine Frage, ich will's nicht, ich will's nicht so aufreden, dass es gleich wäre, auf keinen Fall ist es nicht, ja, müssen wir nicht drüber streiten. Ich sag nur, dass es das grundsätzlich gibt und möglich ist, weißt du? Also nicht, dass man jetzt sagt, es gibt keinen institutionellen, institutionellen Rassismus gegen Weiße, es ist erschreckend gering, also, was heißt erschreckend, aber, also es ist unfassbar gering, aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, weißt du? Ja, ja, nee, also, gibt's auf jeden Fall, ja, ja, so kann, theoretisch ist ja alles möglich, schreibt hier jemand, ja, das ist ja schon, das Ding ist halt, Rassismus ist ja, es ist ja eine Idee, ne, es ist ja eigentlich etwas, was keinen Sinn macht, ne, es ist ja, es ist ja eine Idee und deshalb glaube ich schon, dass das du rein theoretisch, wenn du willst, kannst du es gegen jeden anwenden. Mhm, ja, es ist halt immer, die, die stärker sind, haben halt die, die höhere Wahrscheinlichkeit, dass es halt klappt, immer. Genau, genau, so, du kannst letzten Endes, kannst du jeder, kannst du jeder x-beliebigen Gruppe, kannst du irgendwie über kurz oder lang, eine gewisse Eigenschaft zuschreiben und dann wertest du sie ab, ja, so, das, das glaube ich schon, ja, und trotzdem, ich finde halt trotzdem, na, bei uns ist es schon wichtig, dass man auch Leuten zuhört, na, wenn sie sagen, okay, struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus, das gibt's und so, da, da sollte man schon reden drüber, aber da versteht man's eh. Auf jeden Fall, klar. Es ist halt, man sollte immer, also, um das alles zusammenzufassen, man sollte immer Leuten zuhören und nicht so grundsätzlich so Glaubwürdigkeiten absprechen, um das, ob das jetzt Frauenhass ist, oder Rassismus, oder Homophobie, oder sonst was. Das Ganze von Anfang an verurteilen, du willst nur gegen den oder den schießen, und so weiter, ist so lächerlich, das macht mich richtig sauer immer. Ja, na, ist so, ja, man sollte eigentlich, man sollte eigentlich glauben mal, den, den Betroffenen, und, aber trotzdem nicht gleich, vor verurteilen, die, äh, angeschuldigt sind, ne. Das ist halt so ein bisschen dieser Spießrutenlauf, weißt? Ja, aber es ist, wenn man nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dann ist es doch gar nicht so schwer eigentlich, weißt du? Ja. keine Ahnung. Ja. Wie machst du mit so, ich habe ja so, ich habe ja so eine Theorie für mich entwickelt, ne, dass so, nicht alle, sage ich jetzt mal, nicht alle, not all Meinungsblogger, ja, so, Hashtag, not all Meinungsblogger, aber dass ein paar Meinungsblogger durchaus eher so Empörungsblogger sind, ne, also man muss unbedingt irgendwie sich empören und, und die Zuschauer dann mit empören und Zuschauerinnen mit empören. wie beteiligst du dich so an Shitstorms, wenn, wenn irgendwas aufkommt? Bist du da gleich mit dabei? Oder, oder chillst du mal und schaust, wie sich die Lage entwickelt? Also, ich will mich jetzt nicht von allem freisprechen, es kann sein, dass du das schon mal gemacht hast, aber ich versuchte eigentlich niemandem über, also niemandem zu schaden oder so, weißt du? Ja. Also, bei diesem Shoyoka-Ding habe ich mich auch rausgehalten, weil ich will damit nichts zu tun haben, beim Drachending halte ich mich raus, will ich nichts zu tun haben mit. Also, ich gehe auch mal auf Empörung drauf, aber alles, alles absolut im Rahmen so. Ja. Zum Beispiel bei diesem Jules-Ding. Jules-Ding? Weißt du, Jules ist? Äh. Der YouTuber? Der ist richtig berühmt, der macht diese langen Videos, die alle feiern. Wo dieses Ding war, wegen, wegen irgendeinem Instagram-Posting mal. Ja. Ja. Da war ich so der Erste, der sich so ein bisschen draufgestürzt hat und dann haben halt alle Videos dazu gemacht, weißt du? Okay. Ja, aber das kann man mir vielleicht ein bisschen vorhalten, aber ich versuche es da halt immer differenziert zu betrachten, habe auch gesagt, dass es halt alt ist und dass er seitdem nichts mehr gemacht hat und so. Ja. Aber wer am Boden liegt, da sollte man nicht mehr drauf treten. Ist so. Gibt es Sachen, wo du sagst, das war too much oder das hätte ich nicht machen sollen oder hast du schon mal ein Video gelöscht oder so? Ja, ich habe sehr viele Videos gelöscht. Ja? locker 30% meiner Videos sind gelöscht. Also offline genommen. Wo du sagst, du kannst nicht mehr dahinter stehen. Ja, tatsächlich gab es ein Video, das habe ich vor drei Jahren gemacht, da habe ich halt, da hat eine Schwarze gesagt, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Mhm. Das war diese Black Girl Armor, weißt du, von der ich erzähle, mit dem Woke. Die, die an Woke herangeführt hat. Genau. Und da habe ich halt wirklich, also hart dagegen gehalten und, ähm, da gab es halt so eine kleine Schlammschlacht, jetzt ist sie nicht mehr im Internet vertreten und da würde ich auch sagen, da bin ich schon zu weit gegangen. Okay. Das Video hat auch irgendwie, das hat dann auf einmal 50.000 Aufrufe gehabt, weißt du, und dann, ja, war das irgendwie ein bisschen viel. Ja. Ja. Und es hat halt, weißt du, die Kommentare waren halt voll, voller AfD-Leute. Ja, das geht dann schnell, gell, dass da irgendwie das falsche Publikum angesprochen wird, gell. Deswegen hatte ich dann auch, als ich dann drei Jahre später, ähm, auf diese, auf der, bei der Rammstein-Thematik auf der ganz anderen Seite stand, Leute, die sich daran erinnert haben und dann gesagt haben, früher warst du, warst du noch real und jetzt hast du dich verkauft und so, der dreht sich mit dem Wind und so, solche Sachen. Aber, ja, ich hab was zu Ovarim gemacht, ne, und dann hast du auch gleich, äh, hast auch gleich ein spezielles Klientel dabei. Hm, kann ich mir vorstellen, so, so Antisemiten oder wie. Ja, ja, ja. Ich frag mich einfach, wie man so viel Hass in der Welt verbreiten kann, ich versteh's nicht. Also hat man noch nichts von. Ja, das, äh, klickt sich halt gut, ne? Ja, okay, aber, ist so, das, das größt, also das, das meiste, das meiste Engagement hast du, wenn du lustigen Content machst, so, die Leute lachen am liebsten, da hast du die meisten Klicks, aber das geht halt am schwierigsten und am weit einfachsten geht's, indem du Leute empörst und, äh, und Hass spreadest. Raid, äh, Ragebaiting, ne? Ist jetzt, kommt jetzt langsam auf. Danke für die Anleitung, dann weiß ich Bescheid, was ich zu tun hab. Genau, ja, ja, was, ja, und am besten kombinierst das noch mit ein bisschen Spaß und, und dann geht's, dann geht's nach oben, ja. Hast du vielleicht noch einen Vorschlag für den Opfer, dass ich mich stürzen kann? Moment, mach ich Klicks. Nimm Freiraum Reh, ne? Shuyoka ist durch, aber Freiraum Reh ist noch am streamen, dann, dann geh da drauf. Es hat Shuyoka aufgehört zu streamen? Da kommt, kam jetzt schon lange nichts mehr, ja? Oh, okay. Na, ich folge ja nicht, ich folge keinen davon. Oder, hier schreibt im Chat jemand, geh auf mich, ne? Geh auf, geh auf Baba drauf. Ja. Vielleicht, vielleicht kannst du noch den Aufprung schaffen, ja. Ja, dann lass uns doch einen Fake-Beef starten, macht doch sowieso jeder. Ja, ich glaub, ist da viel Fake-Gebiefe? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, ich hab auch schon die eine oder andere Anfrage bekommen tatsächlich für einen Fake-Beef. Okay. Ja. Also, ich sag jetzt keinen Namen, aber... Oder schreibt dir jemand, hey, lass uns einen Beef inszenieren. Ja. Da wurde auch schon gesagt, ähm, was für Aussagen soll ich bringen, damit du auf mich reagierst und so und Video zu mir machst. Also, das ist echt krass, ne? Leute wollen durch Meinungsblogger tatsächlich teilweise groß werden. Also, dass irgend so ein YouTuber schreibt dir dann und sagt, hey... Ja. Ja. und woher weiß ich jetzt, dass das mit dem Pütz nicht abgesprochen ist? Meinst du zwischen mir und Pütz? Ja. Wer weiß? Kannst eigentlich... Kannst eigentlich nichts dagegen sagen, gell? Ich hab ja gesagt, ich hab mit ihm auf Instagram geschrieben. Ja, stimmt, du hast auch gesagt, man kann mit ihm freundlich sprechen. Genau. Oh, mir ist jemand auf die Schliche gekommen. Ich hol den Aluhut. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Die nächste sechs Jahre Periode geht los. Spezialisiert auf Salami. Ja. Gut, wir haben jetzt eh schon lange gesprochen. Ja. Ich könnte noch durchhalten, aber ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute. Ist ein gutes Ende. Ja, ist ein schönes Ende. War auch ein schönes... Aber sag noch so, die Pläne, nein, du hast eh schon die Pläne gesagt, ne? Du möchtest bis Jahresende davon leben können, ne? Ja. Wir beide, mal gucken, wer es schafft. Wir setzen uns Ende des Jahres zusammen und gucken, was aus unserem Dings geworden ist. Aus unseren, unseren Vorsätzen. Ja. Ist es ein Deal? Ist ein Deal, wobei, ich habe ja gesagt, ne, ich habe ja nicht gesagt, Jahresende möchte ich die 1800 knacken, sondern ich habe ja so gesagt, ab 1800 bezeichne ich mich als Dreamer, ne? Okay, dann setze ich dir halt das Ziel, dass du bis Ende des Jahres 1800 schatten sollst. Bis Ende des Jahres. Okay. Machen wir eine Wette. Okay, wir machen eine Wette. Um? Ja. Äh, irgendwas Essbares. Ich wette gerne um Essen. Wir machen, äh, eine Wette darum, wer eine Live-Diskussion mit Maximilian Pütz machen muss. Ja, glaubst du, macht er das? Ja, wenn nicht, dann schreibe ich ihm auf Instagram, wir sind ja eh per Du. Musst du nicht gerne essen? Äh, Wieso wetten wir nicht um was Essbares? Okay, auch okay, aber ich esse nicht so viel. Also ich hasse das meiste Essen. Du musst viel essen. Ich esse kein Gemüse und kein Obst. Isst du Torten? Ja. Ja? Ich liebe Sachertorte. Was ist das? Du kennst keine Sachertorte? Nein. Noch nie gehört? Nein. Das ist, das ist österreichische Backtradition aus Wien. Sachertorte. Ich war erst einmal in Österreich. Ja. Na ja, dann machen wir so, was Wien, also Sachertorte ist in Wien so, dass, dass, äh, die Süßspeise. Kann man die sich zuschicken? Kann man schicken, ja. Okay, dann wetten wir um eine Sachertorte. Nee, du musst, du musst mit was ähnlichem dagegen halten. Was ist es bei dir in NRW, was ungefähr so berühmt ist wie eine Sachertorte? Ich komme nicht aus NRW, sondern ich bin zugezogen, deswegen schicke ich dir was aus meiner Heimat, und zwar, Frankfurter Apfelwein. Trinkst du Alkohol? Das ist aber nichts zum Essen. Ach so, das stimmt. Okay, aber das schicke ich dir trotzdem, weil das ist, hast du schon mal Apfelwein getrunken aus Frankfurt? Nee. Okay, dann kommt das auf jeden Fall dazu, aufs Haus. Ja. Ähm, eigentlich halt Spargel mit grüner Soße, aber das kann man schlecht verstecken. Äh, na eben, das gibt es in überzogen mit Schokolade oder so. Alle schreiben Frankfurter Kranz. Okay, ich schicke dir Frankfurter Kranz und Frankfurter Apfelwein. Okay, das schreibt bei mir auch jemand, ja, Frankfurter Kranz, okay. So, das heißt, 2000 bei dir und 1800 bei mir, ne? Ja. Komm, einigen wir uns auf die Mitte, bei beiden 1900. Ein Spaß. Okay, passt. Ja. Na gut. Alles klar. Aber, ähm, wir haben eh noch einen geplanten Talk, du wirst dir jetzt Dune anschauen und dann werden wir mal, dann lade ich dich in den Stream und dann reden wir eine Stunde lang über Dune. Okay. Ich habe mich noch nie auf sowas, auf was so sehr gefreut wie darauf. Ja, und du darfst, Hände weglegen, du musst wirklich nur den Film anschauen. Das schaffe ich nicht. Das Folter. Ich glaube an dich. Ja, pack ich. Ist ein Deal. Salami. Salami, du kannst es. Ey, aber danke für das Gespräch. Hat auch seinen Bock gemacht. Ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch was für dich. Ich glaube an dich. So ein schlechter Sound. Du musst dir das Lied anhören, das ist Bombe. Okay. Mach es. Okay. Du, danke dir. Ich fand es, das war ein schönes Gespräch. Und gern wieder mal und gutes Gelingen. Danke gleichfalls. Ich fand es auch sehr cool. Würdest du sagen, mit mir lieber oder mit Imp lieber? Ich würde schon sagen, mit dir lieber, weil du wolltest mich halt nicht zu fronten oder als Idioten vorführen. Alles erreicht im Leben. Es hat nicht geklappt, aber zumindest es war gut Face und so mag ich das eigentlich, wenn man sich so begegnet. Ja, sehe ich auch so. Aber trotzdem viele Grüße an Imp an der Stelle. Kein böses Blut ist auch ein super Typ. Gut. Alles klar. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir viele Grüße an deinen Chat und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.